Hallo allerseits und herzlich willkommen zur Theorie der Willensfreiheit. Vergangene Woche haben wir grundlegende Konzepte zu dieser Thematik kennengelernt. Wir haben gefragt, was ist überhaupt ein Wille im Unterschied zum Wollen? Gibt es das überhaupt? Braucht man das, um das Problem der Willensfreiheit zu verstehen? Braucht man das, um Ansätze für Lösungen zu formulieren? Vielleicht gar nicht mal unbedingt. Was genau ist Willensfreiheit im Gegensatz zu Handlungsfreiheit? Na ja, eine vollständige Definition bekommen wir wahrscheinlich erst, wenn wir eine konkrete Theorie vorliegen haben, aber so ein erstes Vorverständnis hatten wir uns verschafft. Wir haben gesagt, Willensfreiheit im negativen Sinne heißt, wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht nur, kausal bestimmt zu sein. Willensfreiheit im positiven Sinne müsste heißen, dass unsere Entscheidungen und Handlungen stattdessen oder zumindest überdies irgendwie autonom verfasst sind. Über Kausalität hatten wir auch viel gesprochen. Es gibt sehr verschiedene Auffassungen und Begriffe von Kausalitäten. Man kann sie versuchen zu fassen als Regularitäten, als Interventionsmöglichkeiten, als mechanisches Fortschreiten von realen Prozessen oder über kontrafaktische Annahmen zu alternativen Weltverläufen. Wahrscheinlich formulieren all diese Kausalitätsauffassungen, ähnliche Herausforderungen für die Willensfreiheit. Und wir hatten gesprochen über verschiedene Formen von Kausalität. Es gibt eben auch indeterministische Kausalität. Es gibt unvorhersagbare Kausalität. Es gibt offene Kausalität. Könnte das für die Willensfreiheit helfen? Vielleicht ja, vielleicht auch eher nicht. Und auch unterschiedliche Positionen zur Freiheitsdebatte waren letzte Woche gelegentlich angeklungen. Und heute werden wir die wichtigsten Positionen jetzt historisch und systematisch ein bisschen vertiefen. Und die wesentliche Einteilung dieser Positionen verläuft entlang einer ganz schlichten Grundfrage. Nämlich, die Grundfrage lautet, ist Freiheit mit Kausalität verträglich? Ja oder nein? Und wichtig sind dabei zwei Dinge. Erstens, wenn jetzt hier von Freiheit die Rede ist, dann meinen wir wirklich Willensfreiheit, nicht Handlungsfreiheit. Nur bei Willensfreiheit ist diese Vereinbarkeit mit Kausalität ernsthaft umstritten. Bei Handlungsfreiheit ist die Vereinbarkeit mit Kausalität letztlich trivial. Auch wenn die Welt völlig kausal bestimmt ist, einschließlich meines Denkens und Tuns, kann ich manchmal tun, was ich will. Die relevante Frage ist, ob ich auch in dem, was ich will, in irgendeinem gehaltvollen Sinne frei sein kann, wenn alles kausal bestimmt ist. Einschließlich meines Denkens und Tuns. Das ist ganz wichtig, denn es gibt viele Autoren, die sagen, ja wir haben diese Kausalität in der Welt und deshalb gibt es schon Handlungsfreiheit, aber keine Willensfreiheit. Die werden manchmal als Kompatibilisten eingestuft. Manche verkaufen das sogar als Definition von Kompatibilismus. Aber das ist unglücklich. Das sollte man keinesfalls tun. Solche Leute sollte man lieber als Deterministen einstufen. Ein klassisches Beispiel ist Thomas Hobbes. Bei dem gibt es im Leviathan eine berühmte Passage, da heißt es, liberty and necessity are consistent. Und deshalb wird Hobbes manchmal wirklich als Stammvater eines klassischen Kompatibilismus bezeichnet. Aber wenn Sie die Passage weiterlesen, merken Sie sofort, mit liberty meint er nur Handlungsfreiheit. Genauer die Abwesenheit von Hindernissen, also auch sogar nur die Negative und sogar nur wirklich die Gewalt. Schon Zwang ist bei Hobbes keine Verletzung von Handlungsfreiheit. Jede Idee von Willensfreiheit hält Hobbes ausdrücklich für absurd. Das sagt er wörtlich, das ist absurd. Und zwar, weil alle menschlichen Bestrebungen durch eine ununterbrochene Kette von vorausgehenden Ursachen bestimmt sind. Und schauen Sie, das sollte man wirklich nicht Kompatibilismus nennen. Dass Handlungsfreiheit mit Kausalität verträglich ist, ist wirklich trivial. Wenn das Kompatibilismus wäre, müsste jeder Kompatibilist sein. Und dann wäre das eine sinnlose Einteilung. Es muss darum gehen, ist Willensfreiheit mit Kausalität verträglich. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist Kompatibilismus und das bestreitet Hobbes ausdrücklich wegen der Kausalität. Und deshalb ist Hobbes eben Determinist. Ein zweiter wichtiger Punkt, ob die Kausalität jetzt wirklich deterministisch oder vielleicht indeterministisch ist, ist weitgehend egal. Die wesentlichen philosophischen Probleme und Optionen sind in beiden Fällen letztlich gleich. Wenn Ereignisse vorherbestimmt auseinanderfolgen, dann kann ich inkompatibilistisch meinen, dass das offensichtlich mit Willensfreiheit nicht verträglich ist. Oder ich kann kompatibilistisch zu zeigen versuchen, dass es doch mit Willensfreiheit verträglich ist. Und wenn Ereignisse zufällig aufeinanderfolgen, habe ich weitgehend die gleichen Herausforderungen und ich brauche weitgehend analoge Begründungen. Das hatten wir letzte Stunde gesehen. Da haben wir Autoren kennengelernt, die wirklich versuchen, Willensfreiheit über indeterministische Geschehnisse in unserem Gehirn zu begründen. Und letztlich müssen die die gleichen argumentativen Pfade einschlagen wie bei deterministischen Prozessen. Wichtiges Beispiel war Robert Kane. Der steht erstmal vor dem Problem Indeterminismus im Gehirn. Das bringt nur Zufall. Was macht er? Er erklärt, ja, aber das ist dann ja nicht nur Zufall, sondern manchmal sind es ja auch Entscheidungen und Handlungen, die unserem Willen folgen oder unseren Gründen folgen. Oder er sagt, unsere Entscheidungen und Handlungen sind dann nicht nur aus physikalischer Perspektive zufällig, sondern sie sind auch aus individueller Perspektive frei. Und das sind kompatibilistische Figuren. Genau das machen andere Kompatibilisten genauso bei deterministischen Prozessen. Anderes Beispiel, was wir hatten, John Eccles, den kriegen wir heute noch ein bisschen genauer. Der glaubt, es gibt so ein freies Selbst, das wirklich dem eigenen Gehirn gegenübersteht und es manipuliert dann, es modifiziert die Wahrscheinlichkeitsfelder in diesem quantenmechanisch basierten Gehirn, von denen dann die Entscheidung und Handlung abhängen werden. Und da sehen wir, hier haben Sie wirklich dann eine Unterbrechung von außen dieser neuronalen Zufälligkeit durch eine freie Instanz, die da von außen jetzt das System irgendwie stößt. Und das ist ein ganz klar libertaristisches Modell. Das können Sie genauso gut auf deterministische Kausalität anwenden und das passiert ja auch. Gut, wenn das mal klar ist, dann können wir jetzt eigentlich sehr einfach die wichtigsten Positionen definieren. Kompatibilisten sagen eben, Freiheit und Kausalität sind kompatibel. Wenn das die Definition ist, und das ist sie, dann würden dazu auch Positionen gehören, die sagen, ja, die sind kompatibel, also die könnten zusammen auftreten, aber tatsächlich tun sie es nie. Oder sogar eine Position, die sagt, die könnten zusammen auftreten, aber es gibt überhaupt keine Freiheit. Oder es gibt überhaupt keine Kausalität. Oder am Ende gibt es keins von beiden. Üblicherweise meinen aber Kompatibilisten, also es gibt schon beides und manchmal treten sie auch zugleich auf. Genauer meinen Kompatibilisten üblicherweise, in unserer Welt haben wir schon eine lückenlose Kausalität, aber zumindest manche unserer Entscheidungen und Handlungen sind zudem frei. Inkompatibilismus ist ganz einfach jetzt die Verneinung dieser These. Freiheit und Kausalität sind inkompatibel, sagen die. Dazu würde auch eine Position gehören, die sagt, ja, die sind inkompatibel, die schließen einander aus, aber manchmal liegt auch keins von beiden vor. Also weder Freiheit noch Kausalität. Oder sogar, die schließen einander aus, aber es gibt eigentlich weder das eine noch das andere. Aber üblicherweise meinen Inkompatibilisten, also zumindest eines von beiden gibt's und normalerweise tritt auch genau eines von beiden auf. Und damit kriegen wir jetzt drei genauere Positionen. einmal Idealisten, die sagen, es gibt gar keine Kausalität. Das scheint nur so. In Wahrheit ist das alles Freiheit. Das ist natürlich eine schmacke Position. Es wird auch sehr, sehr selten vertreten. Wir kriegen gleich ein historisches Beispiel. Aktuell wüsste ich kein Beispiel, dass das jemand meint. Und es hat auch nur eine, sagen wir mal, begrenzte systematische Bedeutung. Deshalb werde ich es im Weiteren nicht vertiefen. Aber immerhin, also man könnte auch Inkompatibilist von dieser Sorte sein. Deterministen sehen das genau andersrum. Die sagen, es gibt keine Freiheit, denn alles ist Kausalität. Meistens haben die dann auch deterministische Kausalität im Kopf, daher der Name. Aber es gibt auch Autoren aus diesem Lager, die sagen, ich weiß, es gibt auch diesen Indeterminismus. Ich weiß, es gibt diesen Zufall. Das Wichtige ist mir aber, die Welt ist lückenlos, eins von beiden, deterministisch oder zumindest indeterministisch. Und deshalb gibt es keine Freiheit, sondern immer nur entweder Vorherbestimmtheit oder eben Zufall. Die möchte ich dann allesamt Deterministen nennen. Und dann schließlich gibt es Libertaristen, die sagen, naja, manches ist Kausal, aber anderes ist dann auch frei. Ein paar Libertaristen würden wohl auch meinen, dass manchmal keines von beiden da ist. Manche sagen zunächst einmal, wir glauben nicht an diese lückenlose Kausalität in der Welt. Kausalität besteht immer nur aus so begrenzten Episoden. Das kriegen wir auch gleich noch genauer. Und das gilt auch schon bevor jetzt Menschen oder vernünftige Wesen im Universum herumlaufen. Das gilt bereits bei unbelebten Vorgängen. Auch die sind nicht lückenlos kausal strukturiert. Aber natürlich sind die jetzt nicht schon willensfrei, sondern willensfrei kann da erst was sein, wenn da menschliche oder allgemein sonstige vernünftige Vollzüge stattfinden. Ja. Was interessant ist, bei dieser Aufteilung erscheint jetzt der Libertarismus als eine Mittelposition. Und Idealismus und Determinismus sind die Extreme. Das ist eine etwas ungewöhnliche Darstellung. Und man könnte sagen, das verschafft den Libertaristen jetzt einen gewissen argumentativen Vorteil. Also Mitte ist ja immer ganz gut. Goldene Mitte ist ja eigentlich immer ganz schön. Allerdings, wie gesagt, der Idealismus ist auch ziemlich gewagt. In üblichen Darstellungen taucht er gar nicht auf. Und dann bleiben eben Determinismus und Libertarismus als die wesentlichen Varianten des Inkompatibilismus übrig und sind die wesentlichen Antagonisten. Und dann erscheinen diese beiden eher als Extreme. Und vielleicht ist dann eher der Kompatibilismus so eine goldene Mitte davon. Na schön. Jetzt gehen wir jedenfalls diese vier Positionen ein bisschen genauer miteinander durch. Also Kompatibilismus. Deren Credo, wie gesagt, ist, also es besteht in dieser realen Welt, in der wir leben, eine lückenlose Kausalität. Aber manche Entscheidungen und Handlungen sind zudem frei. Willensfreiheit heißt dann also genauer, dass wir dann nicht nur kausal sind, das wäre dann die negative Freiheit, sondern auch autonom sind, das wäre die positive Freiheit, in irgendeinem genaueren Sinne. Das müssen wir dann noch genauer sagen, worin die Autonomie jetzt liegt. Aber so wäre das gebaut. Und ein berühmtes historisches Beispiel dafür ist tatsächlich Kant. Kant wird oft fälschlich eingestuft als Libertarier, ist er aber nicht. Das wird deutlich, wenn Sie ihn genauer lesen, insbesondere wenn Sie dieses Zitat genauer lesen aus der Kritik der reinen Vernunft. Da sagt er nämlich unumwunden, so würde denn Freiheit und Natur, und Natur ist bei ihm immer, kausale Determiniertheit, jedes in seiner vollständigen Bedeutung, bei eben denselben Handlungen zugleich und ohne allen Widerspruch angetroffen werden. Kompatibilistischer geht es gar nicht. Der Einschub dazwischen dieses, je nachdem, ob man sie mit ihrer intelligiblen oder sensiblen Ursache vergleicht. Das ist ein spezieller Perspektiven-Dualismus. Er sagt, Sie können ein und dieselbe Handlung einmal betrachten wie ein Ding an sich selbst und dann dürfen Sie da keine Kausalität annehmen. Dann haben Sie nur eine intelligible Ursache. Bevorzugt das moralische Gesetz. Oder Sie können als Ding in der Erscheinung es betrachten und dann gibt es eben physische Ursachen, psychische Ursachen, insbesondere Neigungen, und dann wird es Ihnen als nicht frei erscheinen. Das ist dieser typische kantische Perspektiven-Dualismus und deshalb ist er ein Kompatibilist. Dass er manchmal als Libertarier erscheint, das passiert nur dann, wenn Leute sich andere Zitate rauspicken und nicht diesen Gesamtkontext im Auge haben. Es gibt diese beiden Perspektiven auf ein und dieselbe Handlung. Also da kann ein Psychologe kommen, untersuchen, was sie gemacht haben und er wird psychische Ursachen finden. Und er wird sagen können, das war jetzt aus meiner Perspektive kausal determiniert, aber es gibt eben in der kantischen Erkenntnistheorie diese legitime andere Sicht auf die Dinge, wo wir überhaupt nicht voraussetzen dürfen, dass die Dinge an sich selbst kausal sind. Denn Kausalität ist nach Kant eben eine subjektive Erkenntnisbedingung, mit der wir an die Dinge herantreten und deshalb gelten sie von allen Dingen in der Erscheinung, weil sie immer durch diesen Filter quasi zu uns kommen. Wir werden alles als kausal erfahren, genau wie wir alles in Raum und Zeit erfahren werden. Aber dass die Dinge, wie sie an sich selbst sein mögen, unabhängig von unserem Erkenntnisvermögen, auch kausal, räumlich oder zeitlich sind, ist damit nicht bewiesen. Denn in kausalen Termini zu denken, in Ursachen und Wirkungen zu denken, ist Bedingung der Möglichkeit dafür, dass Dinge für uns überhaupt zur Erfahrung werden können. Das ist diese transzendentale Figur. Es ist Bedingung der Möglichkeit, dass wir Dinge überhaupt erfahren können. Deshalb gilt es von allen Dingen in der Erfahrung. Ob es von den Dingen, wie sie an sich selbst sein mögen, auch gilt, können wir nicht wissen. Das ist sehr agnostisch. Das ist sehr agnostisch. In der Erkenntnistheorie ist das so ein reines Blank, wo man sagt, können wir nicht wissen. In der Ethik wird es dann positiv, weil wir in seiner Ethik dann erfahren, was könnte uns denn dann nicht kausal bestimmen? Ja, das moralische Gesetz. In dem Sinne haben sie praktisch in seiner Erkenntnistheorie die negative Freiheit. Wir dürfen vom Ding an sich nicht sagen, dass es kausal sei. In der Ethik bekommen sie die positive Freiheit. Die Handlung könnte auch durch das moralische Gesetz bestimmt gewesen sein. Deshalb eine Variante von Kompatibilismus. Könnte man ein ganzes Seminar zu machen. Machen wir aber nicht. Aber es gibt viele Kompatibilisten, die jetzt nicht alle Kanzianer sind. Also die bauen das teilweise natürlich ganz, ganz anders. Aber es gibt welche, die auch auf seinen Spuren wandeln. Hier ist mal ein großes Paket. Also im deutschen Sprachraum haben wir Ansgar Beckermann. Peter Biary ist Kompatibilist. Besser bekannt inzwischen als Pascal Mercier. Nachzug nach Lissabon geschrieben. Jürgen Habermas ist erklärter Kompatibilist. Michael Paun. Ulrich Potthast hier aus Hannover, der eigentlich einer der frühesten deutschen Philosophen war, der sich schon in den 80ern wieder für Willensfreiheit interessiert hat. Wolfgang Spohn. Ernst Tugend hat Henrik Walter. Und auch international viele, viele Kompatibilisten. Daniel Dennett gehört dazu. John Fischer. Fischer auch zusammen mit seinem Co-Autor Mark Ravitzer. Dana Nelkin. Thomas Kenland. Peter Strawson. Georg Henning von Wirth. Oder auch Susan Wolf. Also es gibt viele Kompatibilisten und Kompatibilistinnen. Inkompatibilismus Variante 1. Idealisten. Deren Credo ist ja, es gibt eigentlich gar keine Kausalität. Alles ist Freiheit. Was um Gottes Willen haben die im Kopf? Wessen Freiheit ist das? Nun zunächst einmal natürlich, es könnte göttliche Freiheit sein. Also hinter all dieser scheinbaren Naturnotwendigkeit könnte eigentlich Gottes wahre Freiheit stecken. Und manchmal gehen sie auch so weit zu sagen, es könnte sogar eine menschliche Freiheit sein, wenn wir sagen, eigentlich ist alles außerhalb von uns eine souveräne Sitzung eines freien Ichs. Das ist spekulativ. Das kann ich Ihnen jetzt nicht so ausführlich erklären. Aber ein Beispiel bringen, wenn wir schon an der Leibniz-Uni sind. Leibniz. Jawohl. Dieses Zitat hier. Also, die Gesetze der Bewegung entstehen nicht vollständig aus dem Prinzip der Notwendigkeit, sondern sie entstehen aus dem Prinzip der Vollkommenheit und der Ordnung. Sie sind eine Wirkung der Wahl und der Weisheit Gottes. Diese wunderschönen Gesetze sind ein hervorragender Beweis für ein intelligentes und freies Wesen. Ganz entgegen dem System der Notwendigkeit, einer absoluten und brutalen Notwendigkeit, wie wir es bei Straton, das war ein antiker Philosoph, oder auch bei Spinoza finden. Gewagte These, das gibt es so auch bei George Berkeley, auch ein großer Idealist, der eben auch sagte, hinter all dieser scheinbaren Naturnotwendigkeit, das ist alles Gottes Freiheit in Wahrheit. Auch Schelling hat darauf zurückgegriffen. Und bei Fichte ist es dann sogar das Ich. Bei Fichte setzt das Ich das Nicht-Ich. Und in diesem Setzungsakt ist das Ich absolut frei. Okay. Deterministen. Jetzt kommt die schwarze Seite. Genau das gegenteilige Credo. Es gibt keine Freiheit, denn alles ist ja komplett kausal. Bevorzugt deterministisch. Aber vielleicht auch indeterministisch. Moderne würden auch sagen, das ist mir auch egal. Diese Kausalität mag jetzt bestehen in... Ja, manchmal haben die im Blick, dass durch den gesamten Weltverlauf so eine generelle Notwendigkeit durchgeht. Eine natürliche, eine göttliche Notwendigkeit, eine physikalische, eine kosmologische Notwendigkeit. Manchmal schauen Sie mehr auf so einzelnes menschliches Tun und wie das jetzt genauer verursacht wird. Also kochen darauf, da sind psychische Kausalitäten drin, soziale, genetische oder neuronale. Da ist jetzt ein schönes Beispiel, ja, wirklich Thomas Hobbes. Und schauen Sie, was er hier sagt. Sollte irgendjemand mir was erzählen von einem runden Quadrat oder Akzidenzchen von Brot in Käse oder immateriellen Substanzen oder einem freien Subjekt oder einem freien Willen oder irgendein frei, außerdem frei von Gegenwehr, von Behinderung, also Handlungsfreiheit. Dann würde ich nicht behaupten, dass diese Person sich irrt, sondern ich würde sagen, dass ihre Worte ohne Bedeutung sind, nämlich absurd. Okay, klares Statement. Und davon gab es schon damals einige Leute, also schon in der frühen Neuzeit einige. Dolbach gehört dazu, David Hume auch in diese Richtung, Joseph Priestley, Spinoza auf den Leibniz da vorhin gehauen hat. Auch Voltaire ist ein Determinist, glaubt nicht an die Willensfreiheit. Und im moderneren Bereich Leute, Richard Double, Ted Hornridge, Dirk Currybohm, Galen Strawson, der Sohn von Peter Strawson oder auch Daniel Wegner. Also, klares Statement, wie das hier laufen soll oder nicht laufen soll. Und drittens, dann gibt es jetzt den Libertarismus und dessen Credo ist eben, manches ist kausal, aber anderes ist vielleicht doch frei. Okay, denn, was haben die im Hintergrund? Zunächst einmal, was die gerne machen, ist, die sagen, diese komplette Idee, dass es da eine lückenlose Kausalität geben sollte, ist eine sehr metaphysische Idee und überaus fragwürdig. Und dann können in den kausalen Unterbrechungen, die die Weltordnung offenbar lässt, freie Instanzen wirken. So, das glauben zum Beispiel jetzt in modernerer Zeit Leute wie John Dupre, Gerd Keil aus Deutschland, auch Julian Niederrümelin oder Patrick Sappies. Und gerade dieser erste Punkt, also dieser Gedanke, dass durch die ganze Welt so ein komplettes, kausales, ununterbrochenes Netz geht von Ursachen und Wirkungen, dass das eigentlich eine sehr metaphysische Auffassung sei und dass die sehr fragwürdig sei, die teile ich jetzt nicht. Aber ich möchte diese Auffassung mal stark machen an einem Beispiel. Ich werde jetzt mal in deren Rolle schlüpfen und mal schauen, wie das wirkt. Also passen Sie auf. Ich war gestern am Strand. Ich habe dann immer einen Schmalzkuchen dabei, als Wegzierung, und den wollte ich gerade zum Munde führen und da fiel er mir hinab Richtung Sand. Und natürlich befiel mich sofort tiefer Gram und mein einziger Trost war, dass das Geschehen ab dann doch bestimmt vollständig der Kausalität unterlag. Deshalb mochte ich es bedauern, aber ich konnte es doch wohl immerhin begreifen. Das ist ja der Hauptzug der Conditio Humana. Es läuft immer was schief, aber wir können es zumindest kapieren. Und deshalb lief ich sofort zu verschiedenen Naturwissenschaftlern, die mir eine kausale Analyse von dem Vorgang machen sollten. Also nach dem Fallenlassen. Vor allen Dingen wollte ich eine Antwort von denen haben, wo und wann bitte ist der Schmalzkuchen gelandet? Und als erstes gehe ich natürlich zu einem Physiker. Und ich erzähle ihm von dem Strand und dem Schmalzkuchen. Er fragt so ein bisschen genauer nach, also was war jetzt die Fallhöhe. Und dann rechnet er los. Erdanziehung, Luftwiderstand, berechnet er auch mit ein. Und dann sagt er also ziemlich präzise, nach 0,7 Sekunden ist es direkt unter dir gelandet. Und ich sage, nee, stimmt überhaupt nicht. Vielleicht lag das an dem Wind, der da geweht hat. Der Physiker sagt, wie da war Wind. Und ich sage, das war am Strand. Also am Strand ist halt Wind. War sogar eine ziemlich steife Brise, also Stärke 6 wird es gewesen sein. Und da sagt der Physiker, ja dann, ja dann kann meine Berechnung ja nicht stimmen. Das ist ja ein Störfaktor. Also der ist bestimmt auch kausal. Aber das muss jetzt jemand anders erklären. Gehen Sie mal zum Strömungsmechaniker. Und dann gehe ich zum Strömungsmechaniker und erzähle vom Strand und vom Schmalzkuchen und von dem Wind. Der fragt ein bisschen nach der Windrichtung und nach der genauen Windstärke. Und dann rechnet er los. Und er sagt, na, das ist jetzt schon ein komplexer Prozess. Den kann man jetzt nicht mit absoluter Genauigkeit berechnen. Aber in vernünftigen Grenzen geht das schon. Also circa vier Sekunden später, circa sechs Meter rechts von dir, müsste er gelandet sein. Und ich sage wieder, nee, stimmt überhaupt nicht. Vielleicht lag das an der Möwe, die den Kuchen aufgepickt hat. Und er sagt, wie, da war eine Möwe. Ich war halt am Strand, also da sind Möwen und da war eine große Kolonie, ungefähr 100 Stück, denke ich mal. Und eine von denen hat den aufgepickt. Und er sagt, ja dann, ja dann ist meine Rechnung natürlich falsch. Ist ja ein Störfaktor. Also der Störfaktor ist bestimmt auch ganz, ganz kausal, aber das muss jemand anders erklären. Geh mal zu einem Ornithologen. Also gehe ich zum Ornithologen und erzähle ihm vom Strand, dem Schmalzkuchen und dem Wind und der Möwe. Und der Ornithologe sagt, also um die Jahreszeit hat sie den Kuchen wahrscheinlich in ihr Nest gebracht. Und ich sage, nee, stimmt irgendwie gar nicht. Vielleicht lag das an dem Jäger, der auf die Möwe geschossen hat. Er sagt, da war ein Jäger. Ja, da war ein Treffen von einer Jägerkameradschaft. Die hatten schon ziemlich einen im Tee und die haben da wie wild rumgeballert. Und sagt der Ornithologe, ja dann, ja dann kann meine Rechnung ja nicht stimmen. Ist ja ein Störfaktor. Also der ist bestimmt auch total kausal, dieser Störfaktor. Aber das muss jetzt jemand anders erklären. Gehen Sie mal zum Sozialpsychologen. Und dann renne ich zum Sozialpsychologen. Ich suche mir sogar einen Spezialisten für Burschenschaften und anderes schießendes Volk. Und ich erzähle ihm vom Strand und vom Schmalzkuchen und vom Wind und der Möwe und dem Jäger. Und er überlegt und sagt, naja unter den Bedingungen hatte die wahrscheinlich noch im Anflug abgeschossen. Und ich sage, nee, stimmt gar nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich dem Jäger das Bein weggezogen habe. Was haben sie gemacht? Ja, ich bin halt Vogelfreund, ja das fand ich nicht gut. Also habe ich ihm die Beine weggetreten. Ja dann, sagt er. Ja dann kann meine Vorhersage ja nicht stimmen. Das ist ja ein Störfaktor. Also der ist bestimmt auch kausal, aber das muss jetzt jemand anderes klären. Okay, ich glaube die Botschaft ist da. Aber Leute wie Dupree oder Kyle würde sagen, das hört nie auf. Diese Analyse ist nicht abschließbar. Und diese Rede von Störfaktoren, die immerfort dazwischen kommen und angeblich doch ganz bestimmt wieder kausal sind, ist letztlich beschönigend. Das ist beschwörend, das ist unfundiert, das ist falsch. Das denken die sich nicht nur so aus. Diese Kritik hat einen bestimmten wissenschaftstheoretischen Background. John Dupree und auch Patrick Suppies gehören zur Stanford-Schule. Und diese Schule ist stark gegen reduktionistische Ideale einer einheitlichen Naturwissenschaft eingestellt. Nancy Cartwright gehört dazu. Oder auch Ian Hacking. Nancy Cartwright hat ein Buch geschrieben, Also wie die Naturgesetze lügen. Und die wesentliche Botschaft ist, es gibt natürlich Naturgesetze, aber das sind immer sehr komplexe und eigentlich lokale Gesetze. Es gibt nicht einfache und globale Naturgesetze, aus denen wir dann alles irgendwie zusammenmischen können. Gerhard Keil hat einen Aufsatz geschrieben, in Anspielung darauf, How the Saturys Paribus Laws of Physics Lie. Und darin schreibt er, dieser übliche Glaube an eine ununterbrochene Kausalität, die angeblich die ganze Welt beherrscht und letztlich auch sämtliche Störfaktoren bestimmt, ist unberechtigt. Das ist ein Irrglaube an das, was er eine Laplace-Welt nennt. Weil Pierre Laplace eben auch dieses Bild im Kopf hatte. Der Gedanke dieser Leute ist, wenn wir genau hinschauen, was Naturwissenschaften erforschen und beschreiben, sind immer nur kausale Episoden. Das sind begrenzte Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, die unter idealen Laborbedingungen präpariert werden. Der Physiker hat seine perfekt abgeschirmte Vakuumröhre. Der Strömungsmechaniker hat seinen perfekt abgeschirmten Windkanal. Der Ornithologe untersucht Populationen von Vögeln außerhalb Extremsituationen. Der Sozialpsychologe untersucht Individuen und Kollektiven unter Normalbedingungen. Und auf dieser Grundlage formulieren diese Natur- oder auch Sozialwissenschaftler ihre Naturgesetze. Und sie präsentieren sie uns als Ceteris Paribus-Gesetze. Das heißt als Gesetze, die gelten sollen, wenn alle anderen Bedingungen konstant gehalten werden. Das ist ein Ceteris Paribus-Bedingung. Wenn alle etwaigen Störfaktoren bewusst ausgeschaltet werden. Denn die wissen natürlich alle, dass die reale Welt ganz anders beschaffen ist. Die wissen, dass ihre Gesetze nur unter Idealbedingungen gelten. Aber zugleich suggerieren sie mit dieser Darstellung, dass dieses andere in der realen Welt doch etwas ganz Nachrangiges ist. Das heißt, sie wollen uns Glauben machen, mit diesen Ceteris Paribus-Gesetzen hätten sie sowohl die wahren Gesetze der Natur gefunden. Was davon abweicht, sind jetzt nur so marginale Störfaktoren. Die ihrerseits natürlich auch wieder kausal geordnet seien. Und zwar durch die gleichen idealen Naturgesetze, die sie uns bereits präsentiert haben. Also durch die gesamte reale Welt zieht sich ein einziges kausales Gewebe, dessen Bestandteile allesamt ganz einfachen Naturgesetzen folgen. Ganz einfachen Gleichungen. Diesen einfachen Ursache-Wirkungs-Beziehungen, die sie im Labor erforschen und die in ihrem jeweiligen realen Zusammenspiel dann nur sehr vertrackt kombiniert sind. Sodass wir sie im Einzelfall vielleicht nicht aufgeschlüsselt bekommen. Und Kyle oder Dupree würden sagen, das ist durch nichts gestützt. Was die Naturwissenschaften als kausal beschaffen auszeichnen und Naturgesetze bringen können, sind immer nur diese präparierten Episoden unter idealen Bedingungen. Die finden sich in der realen Welt fast nie, wie dieses Beispiel hier zeigt. Und dass die angeblichen Störungen selbst wieder solchen Naturgesetzen unterliegen sollen, ist völlig spekulativ. Weil nicht abschließend zu belegen, wie das Beispiel zeigt, wo wir am Schluss ohne kausale Erklärung, ohne korrekte Vorhersage geblieben sind. Ich habe die Möwe nämlich erwürgt und habe den Schmalzkuchen natürlich selbst gegessen. Ich bin ja nicht blöd. So, und Dupree und Kyle würden sagen, damit ist Platz in der Welt für freie Entscheidungen und Handlungen. Und die häufige Rede von Kausallücken, die in der kausalen Struktur der Welt bestehen und dann Raum für freie Handlungen lassen, die ist eigentlich noch zu zurückhaltend. Diese Rede von Lücken suggeriert, dass die Kausalität der Normalfall ist. Und die Freiheit eine Ausnahme, die sich irgendwie so dazwischen drängen muss. Tatsächlich aber, sagen diese Leute, ist die Welt kein kausales Netz, das weitgehend dicht und nur gelegentlich unterbrochen wäre. Insbesondere ist nicht alles eine Wirkung von Vorhergehendem. Das gilt nur für ideal präparierte Abläufe unter Laborbedingungen. Es gilt nicht für die reale Welt hier draußen. Und damit haben wir eben Raum für menschliche Freiheit. Und zwar viel Raum, würden Sie sagen, viel Raum. Diese Freiheit kann jetzt Ursache von Folgendem werden, ohne Selbstwirkung von Vorhergehendem zu sein. Das ist immer die Formel, auf die es dann eigentlich ankommt. Okay, so. Einige runzeln die Stirn, andere lachen hier. Wie auch immer, ich runzle auch eher die Stirn. Also ich glaube, im Ansatz haben die natürlich recht. Die These, dass die Welt lückenlos kausal ist, lässt sich nicht streng beweisen. Das ist eine metaphysische These. Ja, das liegt letztlich am Induktionsproblem. Das ist ein Schluss von einzelnen Beobachtungen, nämlich vielen idealen Experimenten, auf sehr viel Unbeobachtetes. Nämlich die gesamte reale Welt. Und klar, wir wissen, dieser Schluss ist nicht streng gültig. Nur weil gewisse Experimentalprozesse kausal sind, muss nicht die gesamte Welt kausal sein. Trotzdem könnte man sagen, dieser Schluss hat aber dennoch seine Berechtigung. Zum Beispiel, weil wir ständig erfahren, dass wir diese kausalen Lücken schließen können, wenn wir hinreichend gründlich arbeiten. Dass wir diese Störfaktoren durchaus wieder kausal fassen können, wenn wir auch eine andere Wissenschaft meinetwegen hinzuziehen. Das Argument hat also schon so ein bisschen Eisschollencharakter. Das verlässt sich auf bestehende Unklarheiten, aber es wird mit jedem empirischen Fortschritt auch kleiner. Und ich meine im Ernst, glauben Sie, dass da keine Kausalität mehr ist? Glauben Sie, dass da an dem Strand eine Lücke war? Aber gut, natürlich muss jetzt ein Libertarismus auch klären, was in diesen kausalen Unterbrechungen jetzt wirken soll. Also, welche nicht kausalen, also zweiter Spiegelstrich, welche nicht kausalen Instanzen setzen dort ein? Wie groß diese Lücken jetzt auch sein mögen. Was wir bisher haben, ist ja nur eine etwaige Abwesenheit von Kausalität. Also, vielleicht eine negative Freiheit. Aber wir brauchen jetzt auch irgendwie eine Anwesenheit von was anderem, von was Autonomen, damit auch wirklich positive Freiheit da herrscht. Und wir müssen uns vielleicht auch fragen, wie interagieren jetzt diese nicht kausalen Instanzen mit der kausalen Realität? Also, wie funktioniert das jetzt? Also, wo ist die Schnittstelle, an der diese nicht kausalen, das heißt jetzt nicht selbst verursachten, verursachten, Entitäten oder Prozesse mit der kausalen Welt in Kontakt treten. Das heißt, selbst darin wirken. Denn das müssen sie natürlich tun. Immerhin soll diese Freiheit ja zu realen Entscheidungen, Handlungen, zu realen Folgen, Effekten in der realen Welt führen. Das brauchen wir ja schon. Dazu äußern sich jetzt diese Autoren, wie Dupree oder Keil, eher wenig. Vielleicht, weil sie die typischen Antworten scheuen. Aber letztlich kommen sie daran nicht vorbei. Letztlich müssen sie den zweiten Spiegelstrich ein bisschen mal mit Schmand füllen. Und andere Libertaristen stellen sich dementsprechend auch und machen konkrete Vorschläge. Und ja, da gibt es natürlich zum einen die große Konkretion, dass man sagt, ja, wir haben eben einen Leib-Seele-Dualismus oder einen Körper-Geist-Dualismus. Wie wir das etwa bei Descartes finden, im klassischen Cartesianismus. Da geht es darum, der Geist in seiner ursprünglich außernatürlichen, immateriellen Beschaffenheit, als unteilbare, bewusste Res Cogitans, ist absolut frei, ist keine Wirkung von Vorausliegendem. Er wirkt aber auf den Körper. Und über diesen auf die sonstige natürliche materielle Welt, als teilbare, ausgedehnte Rechtsextensa, da wirkt er kausal ein. Das heißt, er ist keine Wirkung von Vorausliegendem, aber er ist Ursache von Nachfolgendem. Da haben wir dieses Modell. Und auf diese Weise klar wird es, die gesetzhafte Ordnung der realen Natur durch einen externen Eingriff einer autonomen Instanz durchbrochen, die insbesondere imstande ist, menschliche Entscheidungen und Handlungen zu veranlassen und zu leiten. Und dieses Modell wirft jetzt natürlich die Frage auf, wie soll ich jetzt die Verbindung von dieser psychisch immateriellen und der physisch materiellen Welt genauer mir vorstellen. Und Descartes vermutet, der Kontakt muss über die Zirbeldrüse laufen. Auf die Idee kommt er, weil es da gewisse Eigenheiten in der physiologischen Struktur der Zirbeldrüse oder des Gehirns insgesamt gibt. Und er meint eben, über dieses Hirnorgan ist die Seele jetzt einerseits passiv wahrnehmend, also sensorisch, und andererseits aktiv bewegend, das heißt motorisch mit dem Körper verbunden. Das heißt, grundsätzlich läuft die Verbindung natürlich in beide Richtungen, aber vom Körper zum Geist nur mit Blick auf Wahrnehmung und Empfindung, mit Blick auf Willen und Handeln immer vom Geist zum Körper. Naja, das ist eine alte klassische Auffassung, aber das gibt es immer noch. John Eccles, den hatten wir ja schon, der vertritt eben einen modernen dualistischen Interaktionismus und der ist sehr ähnlich aufgebaut und der bekennt sich auch zu Descartes. Er sagt, das Immaterielle Selbst ist absolut frei, es steuert aber kausal das eigene Gehirn. Und hier passiert das eben genauer, indem es diese quantenmechanischen Wahrscheinlichkeitsfelder manipuliert, von denen unser Entscheiden und Handeln abhängt. Also im Hirn ist so eine Unbestimmtheit, das sind Wahrscheinlichkeiten, aber das selbst schafft es eben, diese Wahrscheinlichkeiten zu manipulieren. Und diese Auffassung gibt es eben bei einigen Leuten. Das kam schon sehr früh, als die Quantenmechanik in den 20er, 30ern aufkam, gab es Leute wie Compton, der berühmte Physiker, oder auch Eddington, die haben versucht, diese Botschaft in die Welt zu tragen. Die haben so halb populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, den Leuten erstmal erklärt, passt auf, so ist das mit der Quantenmechanik, es gibt wirklich Zufall. Und sie haben versucht, es fruchtbar zu machen, für den freien Willen. Und immer über dieses Modell, das unabhängige Selbst, wirklich so eine kartesianische Seele, das waren alles Kartesianer, wirkt dann auf dieses unbestimmte Gehirn ein. Nicht wie der Kane von letzter Stunde, der sagt, das macht das, schafft es von allein. Und der dann mit dem nackten Zufall aber sitzen bleibt. Die haben das alle so gemacht. Und es gibt weitere Beispiele, John Foster macht das, Karl Popper, ja, der auch mit Eccles zusammen publiziert hat zu dem Thema, oder Richard Swinburne. Hier ist jetzt eine schöne Skizze aus einem Aufsatz von Eccles, wo er das eben darstellt, schematisch. Da gibt es eben die Welt 2, ja, und die Welt 2, das ist die mentale Welt. Da gehört einerseits die äußere Sinneswahrnehmung rein, auch die innere Sinneswahrnehmung, aber dann auch so unser Kernbereich, unsere Psyche, unser Selbst, unsere Seele, unser Wille. Dann gibt es die Welt 1, das ist eben die materielle Welt, speziell natürlich das Gehirn. Wir haben eine scharfe Trennung zwischen beiden, deshalb ist das ein dualistisches Konzept. Aber es gibt eben Verbindungen, die durch diese Pfeile hier gekennzeichnet sind. Es gibt gewisse Verbindungen zwischen Selbst und Gehirn, deshalb ist es ein Interaktionismus. Und auch bei ihm läuft der Kontakt zwischen beiden bei unmittelbarem Wahrnehmen oder Erinnern in der einen Richtung, dann läuft es vom Gehirn zum Selbst. Wenn ich unmittelbar wahrnehme oder mich erinnere, kommt die Information in mein Selbst. Bei intentionalem Denken oder Tun läuft es in der anderen Richtung. Das läuft vom Selbst zum Gehirn. Was ihm als Naturwissenschaftler sehr wichtig ist, da werden keine Erhaltungssätze verletzt, sagt er. Also das versucht er zu begründen. Er meint, die Heisenbergsche Unschärferelation kriegt das hin. Keine Verletzung von Erhaltungssätzen. Aber sie haben im Kopf von letzter Stunde, das ist schon ein bisschen gewagt, Wahrscheinlichkeiten manipulieren durch eine nichtmaterielle Instanz, heißt letztlich durch bloßes Hingucken, drehen sie da Wahrscheinlichkeiten, die eigentlich naturgesetzlich festgelegt sind und wirksam werden sollten. Das ist das Problem, was er sich einhandelt. Es gibt eine zweite Form, das zu konkretisieren. Und das ist Akteurskausalität im Unterschied zur Ereigniskausalität. Da ist die klassische Vorlage Thomas Reed. Und dessen Idee ist, unsere Idee, dass es kausale Ereignisketten gibt, die durch die Welt laufen, beruht eigentlich auf unserer Erfahrung, dass es auch so etwas wie kausale Letzturheberschaften geben muss. Also er meint, unser kausales Denken verlangt eigentlich, dass es so etwas wie erste Ursachen geben muss. First cause, sagt er, die nicht mehr Wirkung von Vorausgehenden sind. Für natürliche Begebenheiten ist das natürlich Gott, aber mit Blick auf das eigene Handeln kann das für ihn jeder Mensch sein. So ein Akteur ist die letztgültige Ursache seines Willens. Ohne Wirkung vorausgehender Bedingungen zu sein. Insbesondere bin ich auch nicht Wirkung meiner eigenen Motive oder Antriebe. Nicht mal das. Selbst von diesen psychischen Entitäten bin ich da ganz, ganz frei. Ja, gewagte Behauptung. Gibt es aber auch immer noch in modernen Varianten. Roderick Chisholm ist da ein Beispiel. Der sagt, Akteure üben eine immanent Causation aus. Sie unterliegen nicht der transient Causation von Ereignissen. Transient Causation heißt, ein Ereignis ist sicherlich die Ursache von einem späteren, aber es ist selbst auch wieder die Wirkung von einem vorhergehenden. Das ist eine durchgehende Kausalität. Akteure haben eine immanent Causation. Das heißt, die sind Ursachen und keine Wirkungen. Die sind unbewegte Beweger. Das Wort benutzt Chisholm. Prime Movers Unmoved. Und klar, auch diese Charakterisierung wird üblicherweise Gott zugeschrieben, aber sie trifft auf jeden Menschen hinsichtlich der eigenen Handlungen zu. Und ja, was bewirken denn diese Akteure eigentlich? Was ist das erste Ereignis, was ich in Gang setze? Und er sagt, das sind letztlich neuronale Ereignisse im eigenen Gehirn. Das ist ein bisschen erstaunlich. Viele Leute würden sagen, davon merke ich doch gar nichts, dass ich neuronale... Haben Sie schon mal gemerkt, dass Sie eine Synapse geschubst haben? Ich nicht. Es gibt Leute, die wissen gar nicht, dass sie ein Gehirn haben oder wofür es gut ist. Die Zahl nimmt sogar immer noch zu. Aber er würde sagen, das macht nichts. Man kann es trotzdem verursachen. Ich kann Dinge verursachen, ohne es zu merken. Wenn ich hier mit den Händen wedle, verursache ich auch Verwirbelung von Luftmolekülen und merke das gar nicht und weiß es vielleicht noch nicht einmal. Also das kann schon sein. Ja, und auch davon gibt es einige Leute. Charles Campbell war ein berühmtes Beispiel. Randolph Clark, den wir uns nächste Woche im Seminartell genauer anschauen werden, gehört dazu. Tim O'Connor, Megan Griffith, Willem Rowe, Richard Taylor machen das alle. Bei diesen Autoren ist es immer ein bisschen unterschiedlich, mit wie viel Nachdruck die das vertreten. Manchmal sind sie sehr affirmativ und sagen, so ist das wirklich. Und Campbell sagt, so ist das. Manchmal machen die das mehr im Gestus. Das lässt sich zumindest nicht logisch widerlegen. Dieser Kausalitätsbegriff ist völlig konsistent. So macht das eher ein O'Connor. Manchmal geschieht es auch mit einiger Zurückhaltung. Dann sagen die, das bräuchte man für Willensfreiheit. Es lässt sich auch verständlich machen. Aber ob es wirklich möglich ist, ist zuletzt vielleicht auch eher fragwürdig. So ist ein Clark letztlich drauf. Also der erforscht das mal, der geht dem nach, sagt dann am Schluss, das ist es. Es gibt auch große Unterschiede, wie die Details dieses Konzepts ausgeformt werden. Zum Beispiel, was ist dieses erste Ereignis, das ein Akteur verursacht? Manche würden sagen, das ist so was, was man in der Handlungstheorie eine Basic Action nennt. Zum Beispiel eine Körperbewegung, ein Armheben. Das ist das erste Ereignis, was ich jetzt auslöse. Manche sagen aber, wie etwa schissern, nein, es ist ein neuronales Ereignis. Das ist das erste Ereignis. Das Armheben ist schon eine Folge davon. Es gibt Unterschiede, wie genau verhält sich diese Akteurskausalität zur Ereigniskausalität. Muss die Akteurskausalität die Ereigniskausalität völlig ersetzen bei willensfreien Handlungen oder wirken die auf eine besondere Weise vielleicht auch zusammen? So wird das bei Clark sein, das ist ein raffiniertes Zusammenwirken. Oder auch, in welchem Ereigniskausalen Feld bewegt sich so ein Akteur? Greift er jetzt in deterministische Kausalität ein und ist da die erste Ursache? Oder operiert er auf einer indeterministischen Ereigniskausalität, so wie es dann bei Clark sein wird? Was denen allen gemeinsam ist, die sind alle gegen Cartesianismus. Sie werden vielleicht sagen, ich sehe gar nicht den großen Unterschied. Diese Akteurskausalität, das wirkt auf mich genau wie die cartesianische Seele. Aber die Vertreter würden sagen, nee, das ist was sehr anderes. Denn wir haben keine immaterielle Substanz. Wir haben keine unkörperliche Seele da drin. Unsere Akteure können völlig materielle Wesen sein. Das können biologische Organismen sein. Wichtig ist nur, wir glauben, nicht nur Ereignisse können Ursachen sein. Und sind dann selbst wieder Wirkungen. Auch Substanzen können Ursachen sein, ohne Wirkungen zu sein. Und Akteure sind Substanzen. Hier ist mal eine Karikatur aus einem Buch von Richard Taylor, der dazu gehört. Die Karikatur ist aber von seinem Lehrer Chisholm. Und darin macht er sich über interaktionistische Modelle à la Eccles lustig, in denen das selbst sein Gehirn steuert. Und Sie sehen hier, in diesem Gehirn sitzt jetzt so ein kleiner Mensch, der nochmal das eigene Gehirn steuert. Und da sagen eben Akteurskausalisten, das ist natürlich Unfug. Der Akteur ist nicht ein weiteres Wesen außerhalb meiner biologischen Natur, das in meinem Gehirn an einer Schaltstelle sitzt. Der Akteur ist der Mensch selbst, der ganz biologisch verfasst sein kann, aber eben als Ursache in der Welt wirkt, ohne seinerseits Wirkung von etwas anderem zu sein. Gut, damit haben wir jetzt mal so die vier Positionen etwas genauer kennengelernt. Und jetzt kommen wir zu einer Gretchenfrage. Die Gretchenfrage lautet, setzt Willensfreiheit voraus, dass man unter identischen Umständen hätte anders handeln können oder auch anders wollen können. Unter identischen Umständen heißt jetzt, in einer völlig gleichen Situation, äußerlich, aber auch innerlich. physisch-sozial, aber auch psychisch-mental, physiologisch-neuronal, absolut identischer Aktionspunkt. Anders formuliert, wenn Gott die Zeit noch einmal an den ursprünglichen Punkt zurückdrehen würde, exakt an diesem Moment, müsste ich dann, um frei zu sein, plötzlich anders handeln oder auch anders entscheiden können als beim ersten Mal. Wichtig dabei ist, das kann es bei einer deterministischen Kausalität nicht geben. Das haben Autoren wie Fischer und von Inwagen sehr akribisch nachgewiesen. Grundsätzlich ist das, glaube ich, eigentlich klar. Wenn eine Ursache ihre Wirkung notwendig hervorbringt, dann kann aus diesem gegebenen Anfangszustand nur dieser einzige Endzustand entstehen. Und wenn die ganze Welt lückenlos deterministisch ist, ist sogar das gesamte Universum seit seinem allerersten Anfang auf einen einzigen Verlauf festgelegt. Und das gilt dann auch für mich. Meine Entscheidungen und Handlungen sind auch Teile dieser Realität. Die werden dann also auch letztlich durch Zustände vor meiner Geburt und Gesetze der Natur vollständig festgelegt. Und da ich weder Zustände vor meiner Geburt noch Gesetze der Natur ändern kann, kann ich nicht anders handeln oder auch wollen, als ich es tue. Gut, das wäre so, wenn wir eine deterministische Kausalität nennen. Aber bei einer indeterministischen Kausalität ist das nicht viel besser. Das müsste nach der letzten Sitzung klar sein. Natürlich, dann können aus identischen Umständen zuweilen abweichende Verläufe entstehen. Mit jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Aber ob so eine Abweichung sich verwirklicht und welche Variante es genau wird, liegt dann wieder nicht an mir als dem Handelnden, sondern es geht auf den Zufall zurück. Auf probabilistische Zustände jenseits meines Einflusses, auf stochastische Gesetze außerhalb meiner Kontrolle. Das heißt, nicht ich hätte dann anders handeln können oder wollen können, sondern es hätte etwas anderes geschehen können, sodass ich anders gehandelt oder gewollt hätte. Es gab dann zwar echte Möglichkeiten hierzu in der Welt, aber das waren nicht meine Möglichkeiten. Also sind deterministische oder indeterministische Kausalität kaum verschieden mit Blick auf die Frage, ob ich unter dieser Voraussetzung hätte anders handeln oder auch wollen können. Jedenfalls, wenn es eine lückenlose Kausalität ist. Wenn es eine deterministische ist, gibt es überhaupt keine alternativen Möglichkeiten, wie ein gegebenes Geschehen ablaufen könnte. Und dann ist alles entscheidend und handelt eindeutig festgelegt auf die aktuelle Version. Nichts anderes war möglich. Wenn es indeterministische Verläufe waren, gut, dann liegt es aber nicht bei der fachlichen Person, welche dieser Möglichkeiten sich realisiert. Sondern es könnte dann nur in meinem Entscheiden oder Handeln etwas anderes passieren. Mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit. Naja, und jetzt ist es nicht überraschend, wie die übliche Konstellation ist. Kompatibilisten werden sagen, also wir glauben ja, Willensfreiheit ist kompatibel mit Kausalität. Jetzt müssen wir einräumen, Kausalität erlaubt kein Anders handeln können. Also müssen wir schließen, dass Willensfreiheit wohl kein Anders handeln können erfordert. Das dürfen Sie nicht so richtig als einen Schluss auf ein Ergebnis lesen. Das ist jetzt nicht so, ich behaupte mal, Willensfreiheit ist kompatibel mit Kausalität. Jetzt gilt aber, Kausalität erlaubt kein Anders handeln können. Ah, damit habe ich jetzt gezeigt, Willensfreiheit braucht kein Anders handeln können. Es ist eher so ein Schluss auf eine Voraussetzung. Sie müssen das lesen, ich will ja zeigen, dass Willensfreiheit mit Kausalität kompatibel ist. Jetzt gilt aber, Kausalität erlaubt kein Anders handeln können. Na dann muss ich wohl annehmen, dass Willensfreiheit kein Anders handeln können braucht. Und vielleicht sollte ich dafür noch eigenständige Argumente auch liefern. Also, sich klar machen, Kompatibilisten werden erklären, in einer kausalen Welt können Menschen frei entscheiden und handeln. Das ist dann der Fall, wenn Ihr Verhalten nicht nur kausal abläuft, sondern auch durch geeignete Formen von Autonomie bestimmt wird. Sie werden aber sagen, diese autonomen Komponenten werden nicht dazu führen, dass wir anders handeln oder wollen können, als wir es tun. Denn die lückenlose Kausalität, die gleichzeitig und durchgehend herrscht, sorgt dafür, dass entweder gar keine Abweichungen unter identischen Umständen möglich sind oder dass die alternativen Pfade durch Zufall ausgewählt werden. Und klar, das jetzt so zu machen, auf alternative Möglichkeiten zu verzichten, ist sicherlich eine gewisse Zumutung, die man nicht gern einräumen würde. Aber wie gesagt, manche Kompatibilisten bringen auch positive Argumente, weshalb das nicht schlimm ist. Zwei davon sind besonders bekannt. Das eine ist der berühmte Spruch, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Der Luther-Spruch. Das zitieren viele, zum Beispiel Daniel Dennett, aber auch einige andere Kompatibilisten zitieren diesen Spruch gerne, weil sie sagen, wenn wir Luther mit diesem Spruch glauben, dann tut er doch offensichtlich kund, dass er nicht anders handeln konnte. Ich meine, das sagt er da. Aber gerade das scheint zugleich als Ausdruck höchster Freiheit, höchster Autonomie gemeint zu sein. Das andere Argument sind die berühmten Frankfurt-Cases, die behandeln wir gleich. Das sind Gedankenexperimente, wo augenscheinlich Willensfreiheit bestehen sollte, aber anscheinend kein Andershandelnkönnen vorliegt. Schauen wir uns gleich an. Außerdem, auf Andershandelnkönnen zu verzichten, fällt nicht allzu schwer, wenn man sich jetzt konkrete Modelle des Kompatibilismus schon mal anschaut. Wenn jemand zum Beispiel sagt, und das machen viele Kompatibilisten, frei bin ich dadurch, dass ich meinen Überlegungen folge oder bestimmten Gründen folge, dann sollte ich ohnehin erwarten, dass ich unter identischen Umständen denselben Überlegungen, denselben Gründen folge. Dass die wieder einschlägig sind und ich schon deshalb genauso handeln würde, wie beim ersten Mal. Gerade in dieser Verlässlichkeit, in dieser Konsistenz liegt doch dann meine Freiheit. Alles andere wäre eher bedenklich. Das heißt, wenn ich Kompatibilist bin und Willensfreiheit etwa auf Überlegen oder auf Gründe basiere oder dadurch sogar definiere, dann legt diese Auffassung von Willensfreiheit selbst nahe, dass ich unter identischen Umständen gleiche Entscheidungen und Handlungen vollziehe. Dann sollte ich schon von daher gar kein Andershandelnkönnen erwarten. Und wenn dann auch noch die Kausalität dafür sorgt, dass wir nicht anders handeln können, ist das kein Problem. Im Gegenteil, das ist wieder ein Fall von Kompatibilität und sogar Kooperation zwischen Freiheit und Kausalität. Wir werden das ja kennenlernen. Inkompatibilisten finden das natürlich doof. Die sehen das genau andersrum. Normalerweise sagen die, Willensfreiheit erfordert natürlich anders handeln können und auch anders wollen können. Jetzt erlaubt Kausalität kein anders handeln können, anders wollen können. Deshalb ist Willensfreiheit offenbar inkompatibel mit Kausalität. Das dürfte schon eher ein Schluss auf ein Ergebnis sein. Also Willensfreiheit erfordert zunächst einmal anders handeln können. Ohne das geht es wirklich nicht. Das ist wirklich dann eine Prämisse. Das ist für viele die Voraussetzung in der Debatte. Manche würden sogar sagen, das ist die Definition von Freiheit. Das ist die Definition von Freiheit. Und von hier aus kann ich dann Inkompatibilismus ableiten. Jetzt gilt aber, bei Kausalität haben wir kein anders handeln können. Ja, damit habe ich gezeigt, dass Willensfreiheit und Kausalität unverträglich sind. Das ist der eigentliche Grund dafür. Also lassen Sie sich nicht zu sehr irritieren. Diese beiden Schlussformen hier, der inkompatibilistische Schluss und der kompatibilistische Schluss, sind in logischer Hinsicht genaue Umdrehungen voneinander. Das sieht zunächst ein bisschen komisch aus. Dann würde man sagen, dann haben die beiden Lager sich nichts zu sagen. Der eine leitet aus A nicht C ab und der andere leitet aus C nicht A ab. Nur noch auf B können die sich einigen, sonst haben die sich nichts zu sagen. Aber in argumentativer Hinsicht ist das nicht so. Da haben die Schlüsse einen anderen Sinn. Einmal ist das mehr ein Schluss auf eine Voraussetzung, einmal ist das ein Schluss auf ein Ergebnis. Und dann bleibt schon noch Raum, um sich auch fruchtbar zu streiten. Klar, darüber wären sich jetzt Inkompatibilisten einig, über diesen Schluss. Aber auch innerhalb des Inkompatibilismus gibt es natürlich jetzt wieder Streit. Denn jetzt ist die Frage, was mache ich da raus? Und Deterministen würden sagen, ja Brüder, so ist es. Die Welt ist lückenlos, kausal. Alles andere ist metaphysische Spinnerei. Und deshalb kann es keine Willensfreiheit geben. Während Libertaristen sagen würden, die Welt ist nicht lückenlos, kausal. Dafür gibt es keinen naturwissenschaftlichen Beweis. Die Argumente hatten wir vorhin. Daher kann es Willensfreiheit geben. Und schauen Sie, hier haben wir jetzt diese typische Sküller- und Charybde-Situation, die ich in der letzten Sitzung angesprochen habe. Wenn Sie sich für Willensfreiheit aussprechen, also entweder Libertaristin sind oder Kompatibilistin sind, werden Sie immer die Hälfte der Zuschauer gegen sich haben. Wenn Sie Libertaristin sind, wird es heißen, das ist zu stark. Das ist zu metaphysisch aufgeladen. Es soll Unterbrechungen in der Kausalität geben. Das ist hoch spekulativ. Und wir wissen ja, was dann kommt. Kartesianische Seele und Akteurskausalität. Vor allen Dingen diesen Ärger werden Sie kriegen von Kompatibilisten und Deterministen. Wenn Sie Kompatibilistin sind, werden alle sagen, es ist zu schwach. Nicht zuletzt ist das ethisch unzureichend. Wir sollen frei und verantwortlich sein, ohne anders handeln zu können. Das ist doch völlig absurd. Sie können doch nicht Menschen bestrafen, die nicht anders handeln konnten. Das ist völlig unfair. Den Ärger kriegen Sie dann von Libertaristen und Deterministen. Gut. Jetzt werden wir zwei Autoren kennenlernen, die sich mal ein bisschen genauer mit diesem anders handeln können befasst haben. Die zwei wesentlichen Texte dazu sollten Sie heute als Vorbereitung lesen. Und ich gehe sie jetzt noch mal etwas detaillierter durch. Beim ersten geht es vor allen Dingen darum, was heißt anders handeln können eigentlich? Und ist es wirklich mit Kausalität unverträglich? Also da wäre die Frage, stimmt denn diese These B eigentlich? Stimmt das wirklich? Beim zweiten geht es mehr darum, ob man dieses anders handeln können für Willensfreiheit wirklich braucht. Oder ob nicht die Kompatibilisten völlig recht haben, wenn sie These C ablehnen. Also, Nummer eins, das ist George Edward Moore. Falls Ihnen der Name bekannt vorkommt, aus der Grundvorlesung Praktische Philosophie, das ist der mit dem naturalistischen Fehlschluss. Aber es ist auch der mit der konditionalen Analyse. Und die Idee ist folgende. Er sagt, ich glaube, anders handeln können oder auch anders wollen können ist notwendig für Willensfreiheit. Zwei Ausrufezeichen. Er ist Kompatibilist. Das glauben die meisten ja ausdrücklich nicht. Er glaubt es aber schon. Er sagt dann aber, anders handeln können und anders wollen können, zumindest in einem bestimmten Sinne, kann es auch bei Kausalität geben, auch bei Determiniertheit. Und dieser bestimmte Sinn, das ist dann die konditionale Analyse, die wir gleich kennenlernen werden. Und er sagt, deshalb kann ich Kompatibilist sein. Denn sogar das Anders handeln können ist kompatibel mit Kausalität. Und wie läuft die konditionale Analyse? Die Idee ist ganz einfach. Wenn jemand etwas sagt wie, ich hätte anders handeln können, dann meint er oder sie eigentlich, ich hätte anders gehandelt, wenn ich anders hätte handeln wollen. Das ist ein Konditional, ein Wenn-Satz. Deshalb ist das die konditionale Analyse. Er bringt auch sofort ein Beispiel. Viele Dinge, die ich nicht getan habe, hätte ich in diesem Sinne doch tun können. Ich bin heute früh nicht eine Meile in 20 Minuten gelaufen, aber ich hätte eine Meile in 20 Minuten laufen können. Ich hätte es nämlich getan, wenn ich es gewollt hätte. Das hätte ich machen können. In diesem Sinne, es war eine Fähigkeit. Natürlich hätte ich nicht alles tun können, was ich nicht getan habe. Ich hätte zum Beispiel nicht zwei Meilen in 5 Minuten laufen können. Das habe ich auch nicht getan, aber das hätte ich auch nicht tun können. Das ist zu schnell. Das geht nicht. Da ist eine Unfähigkeit. Also, manchmal bin ich unfähig, aber manchmal bin ich fähig. Es gibt diese Dinge, die ich hätte tun können. Und die gibt es auch, wenn die Welt komplett kausal oder auch determiniert ist. Das stört da überhaupt nicht. Und deshalb kann ich Kompatibilist sein. Manchmal gibt es das eben. So. Es wäre nur gefährdet, wenn ich glauben würde, in der Welt gibt es eine Prädestination oder einen Fatalismus. Also so wie bei Oedipus. Egal, ob der seinen Vater umbringen will oder nicht. Er wird ihn töten. Egal, ob er mit seiner Mutter schlafen will oder nicht. Er wird mit ihr schlafen. Das wären dann Situationen, wo sie wirklich nicht hätten anders handeln können in diesem Sinne. Aber er sagt, das ist eher abwegig und es hat auch nichts mit Kausalität oder Determinismus zu tun. Deshalb, es gibt anders handeln können. Wenn man das zunächst einmal so sich anhört, denkt man sich, das ist doch eine totale Schnapsidee. Ich meine, die entscheidende Frage ist doch jetzt, ob ich wohl auch hätte anders wollen können. Ohne dieses anders wollen können, hängt dieses anders handeln können doch total in der Luft. Und ist offenbar auch überhaupt nicht relevant für Willensfreiheit. Womöglich stellt es dann nur eine spezielle Form von Handlungsfreiheit dar. Es geht doch hier allein darum, ob ich eben etwas anderes tun kann, wenn ich etwas anderes tun will. Das ist doch Handlungsfreiheit. Das ist doch keine Willensfreiheit. Für Willensfreiheit müsste ich doch analog imstande sein, etwas anderes zu wollen. Gut, aber das weiß Moore ganz genau. Und wie reagiert er darauf? Er sagt, naja, dann muss ich eben, ich hätte anders wollen können, analysieren. Und das kann ich genauso machen. Ich hätte anders wollen können heißt, ich hätte anders gewollt, wenn ich anders hätte wollen wollen. Wenn Sie das jetzt blöd finden, weil da ein Regress droht, stimmt. Da droht ein Regress. Ich kann sofort fragen, und hätte ich anders wollen wollen können? Aber das ist für Moore kein Problem, weil er sagt, diese alternative Vorgeschichte ist aber womöglich denkbar. Ich muss die ja nicht durchlaufen. Ich muss die ja nicht realisieren. Aber wenn diese komplette alternative Vorgeschichte denkbar ist, dann hätte ich anders handeln können, weil ich hätte anders wollen können und auch wollen wollen können. Die Fähigkeit ist gegeben. Auch wenn es zur Realisation einer komplett alternativen Vorgeschichte bedurft hätte. Schauen Sie, ein Konditional bleibt richtig, auch wenn der Wenn-Satz nicht erfüllt ist. Ich hätte anders gehandelt, wenn ich hätte anders handeln wollen. Ich hätte anders gewollt, wenn ich anders hätte wollen wollen. Natürlich, man kann sich hier ein bisschen stoßen und sagen, es geht uns doch darum, ob wir unter identischen Umständen hätten anders handeln oder wollen können. Und jetzt habe ich aber doch veränderte Bedingungen. Ich habe doch ein abweichendes Handeln wollen. Ein abweichendes Wollen wollen. Das müsste ich dann doch zumindest aus diesen identischen Umständen quasi herausrechnen. Also völlig identisch waren die Umstände ja offenbar nicht, unter denen ich anders gehandelt, anders gewollt hätte. Sondern ich hätte dann anders handeln wollen. Oder anders wollen wollen. Hierüber würden sich insbesondere Libertaristen wahrscheinlich beschweren, indem sie erklären, mein Freund, das ist kein Anders handeln können unter identischen Umständen. Das ist ein Anders handeln können unter veränderten Umständen. Vielleicht sogar unter erheblich veränderten Umständen. Du brauchst vielleicht eine komplett andere Weltgeschichte, die davor stattgefunden hat. Das muss ich möglicherweise vor meine Wahlakte, vor meine Existenz erstrecken, diese ganze Veränderung. Aber Moor würde sagen, Leute, es wäre doch auch nicht sinnvoll, wenn ich ernsthaft anders handeln würde, ohne anders handeln zu wollen. Wenn ich ernsthaft anders wollen würde, ohne anders wollen zu wollen. Das würde doch nicht meine Freiheit befördern. Das würde doch eher komplette Unkontrolliertheit bedeuten. Folglich, Leute, es kann beim Anders handeln können nur darum gehen, dass ich jene alternativen Wege bei geeignet veränderten Bedingungen beschritten hätte. Etwa bei anders handeln wollen oder anders wollen wollen. Damit kann ich aber immer noch behaupten, dass ich unter ansonsten identischen Umständen anders gehandelt oder gewollt hätte. Und Moor würde eben sagen, es kann beim Anders handeln können, beim Anders wollen können sinnvoll nur um diese Fähigkeit gehen. Nur um diese bedingte Option, anders zu handeln oder zu wollen, wenn man es will. Das, würde er sagen, ist die korrekte Analyse von, ich hätte anders handeln können. Das ist der eigentliche Sinn von, ich hätte anders wollen können. Eine solche kontrafaktische Aussage, dieses Hätte, dieses Ich-Hätte, ein solcher Irrealis, dieses Ich-Hätte, ist letztlich immer so gemeint. Da ist immer ein entsprechendes Konditional, ein geeigneter Wenn-Satz impliziert. Würde Moor sagen. Aber damit sind viele Autoren nicht einverstanden. Und man muss sagen, eigentlich glaubt da heutzutage fast niemand mehr dran. Und selbst wenn wir bereit sind, diese veränderten Bedingungen, also dieses Anders handeln wollen, dieses Anders wollen wollen, als identische Umstände gelten zu lassen, im Sinne des Erfinders, selbst dann würden viele sagen, geht diese Analyse an dem vorbei, was wir eigentlich mit anders handeln können und anders wollen können meinen. Der erste Einwand lautet, wenn ich wirklich von anders handeln oder anders wollen können spreche, dann verlangt das nicht bloße Denkbarkeit, sondern ich brauche eine echte Möglichkeit dieser Bedingungen, die da im Konditional stehen. Schon für einen ganz basalen Begriff von anders handeln können oder anders wollen können, brauche ich wirklich das. Und wenn ich de facto nicht hätte anders wollen können oder wollen wollen können, dann hätte ich tatsächlich nicht anders handeln können. Oder wollen können. Und so wäre das eben, wenn ich einen lückenlos, kausalen, deterministischen Weltverlauf hätte, dann wären diese Vorausbedingungen nicht erfüllbar gewesen. Ich hätte nicht anders wollen können, denn es war eben nicht möglich. Der zweite Einwand ist, wenn ich von anders handeln können oder anders wollen können spreche, kann ich auch nicht irgendwelche fremden Möglichkeiten meinen, sondern es muss wirklich um meine eigenen Möglichkeiten gehen. Es geht darum, ob diese Bedingungen für mich zugänglich waren. Das ist ein sicherlich anspruchsvollerer Sinn von anders handeln können, anders wollen können, aber er ist sicherlich auch in diesen Begriffen meistens mit gemeint. Wenn nicht ich wahrmachen kann, dass ich anders will oder wollen will, dann kann auch nicht ich anders handeln oder wollen. Und das wäre jetzt auch ein Problem, wenn ich eine Welt hätte, die wäre lückenlos, kausal und vielleicht indeterministisch. Dann hätte da sicherlich was anderes passieren können, aber nicht ich hätte wirklich anders gekonnt, sondern es wäre etwas anderes geschehen. Das heißt, wahrscheinlich haben wir kein anders handeln können oder anders wollen können, bei Determiniertheit und bei Indeterminiertheit auch nicht. Und das Problem wäre, Mu hat einen zu weiten Begriff hiervon. Insbesondere die Komponente können fasst er zu locker auf. Das ist zu wenig streng. Das ist zu locker für ein echtes Können. Die Fähigkeit war vielleicht gegeben. Von meiner psychischen und körperlichen Ausstattung, von meinen sozialen und physischen Gegebenheiten her, war ich imstande zum Andershandeln oder Anderswollen. Wenn ich anders hätte handeln wollen oder anders hätte wollen wollen, dann hätte ich anders gehandelt oder anders gewollt. Aber das ist zu wenig für Können. Können meint immer echte, eigene Möglichkeit. Und wenn die Welt lückenlos determiniert ist oder auch lückenlos zufällig ist, dann konnte ich nicht anders handeln bzw. wollen. Denn diese alternativen Optionen konnten sich nicht verwirklichen oder zumindest konnte ich sie nicht verwirklichen. Das haben viele Autoren sehr deutlich herausgearbeitet. Einer der ersten war vielleicht John Austin 1956 in einem berühmten Aufsatz mit dem Titel Ifs and Cans, also über Wenn und Aber, so ungefähr. Und er sagt eben, Moores Analyse ist wirklich semantisch falsch. Und Austin ist ein ziemlich guter analytischer Philosoph. Er sagt, ich hätte anders handeln können oder wollen können, verweist nicht auf ein implizites Konditional. Da ist kein versteckter Wenn-Satz, der dann vielleicht gar nicht erfüllbar war oder zumindest von mir nicht erfüllbar war. Wir benutzen hier vielleicht den Irreales. Wir sagen, ich hätte anders handeln können. Wir räumen also ein, dass irgendwas nicht wirklich war, klar. Aber dieser Irreales bezieht sich eben auf das anders handeln bzw. anders wollen. Das ist irreal. Das ist eben ausgeblieben. Es bezieht sich aber nicht etwa auf das Können. Es will nicht sagen, dass das Können irreal gewesen wäre. Also sagen Sie nicht, da steht ja nur, ich hätte können. Das heißt, ich konnte vielleicht gar nicht wirklich. Das ist nicht in Ordnung. Im Grunde meinen wir mit diesen Sätzen ein Präteritum. Wir meinen, ich konnte anders handeln. Wir meinen, reale Möglichkeit, die ich hatte, ohne Wenn und Aber. Insbesondere meint Austin, dass das englische Could in I could have acted otherwise tatsächlich gar kein Irreales ist. Austin sagt, das ist ein Präteritum. Das ist ein englisches Präteritum, dieses Could. Das ist der häufigste Vorwurf hier, auch der von Austin, dass die konditionale Analyse nicht hinreichend ist für anders handeln können. Die ist zu weit. Die reicht nicht. Köln verlangt mehr. Das heißt, auch wenn ich anders gehandelt hätte, falls ich anders gewollt hätte, hätte ich womöglich nicht anders handeln können. Eben bei lückenloser Determiniertheit oder auch lückenlosen Zufall. Denn da konnte ich eben nicht anders wollen und somit auch nicht anders handeln. Austin meint auch, dass sie nicht notwendig ist, diese Analyse. Er sagt, sie ist in einem anderen Sinne sogar auch zu eng. Sie ist nicht erforderlich. Anders handeln können gibt es auch ohne das. Das heißt, manchmal hätte ich vielleicht anders handeln können, auch wenn ich nicht anders gehandelt hätte, wenn ich anders gewollt hätte. Das ist sehr verwirrend. Und er hatte ein spezielles Beispiel, was aber auch sehr witzig ist. Das ist Austins Put. Sie spielen Golf. Der Ball liegt ganz kurz vor dem Loch, nur noch 20 Zentimeter. Und sie versuchen einen Put. Das ist wirklich ein lächerlich einfacher Ball. Sie zielen, sie schlagen und sie verziehen. Er rollt daneben. Und sie ärgern sich und sagen, oh Mann, den hätte ich doch reinmachen können. Das hört nur, schwebt auf seiner sprachanalytischen Wolke herbei und sagt, ach, sie meinen, sie hätten ihn reingemacht, wenn sie ihn hätten reinmachen wollen. Ich glaube, in dem Moment wickeln sie ihm ihren Schläger um den Hals. Das haben sie nämlich nicht gemeint. Sie wollten ihn reinmachen. Und sie haben es trotzdem nicht geschafft. Aber sie hätten ihn reinmachen können. Und darüber ärgern sie sich. Was sie meinen, ist ja, dass sie ihn unter denselben Bedingungen hätten reinmachen können, mit ihrem jetzigen Willen, eben ihn zu versenken. Das meinen sie hier mit anders handeln können. Ein anderer Wille hätte ihnen wahrscheinlich wenig geholfen. Eher im Gegenteil. Wenn sie ihn nicht hätten reinmachen wollen, hätten sie wohl erst recht nicht versenkt. Also absichtlich daneben schießen können sie schon. Also ist die konditionale Analyse nicht einmal notwendig für anders handeln können. Jedenfalls nicht in Fällen dieser Art. Aber die Hauptkritik ist, dass sie nicht hinreichend ist. Dass es ein zu laffer Begriff ist, insbesondere von können. Nun gut, soviel zu Moore. Frankfurt. Harry Frankfurt. Den kriegen wir noch genauer demnächst. Mit seiner Theorie der Willensfreiheit. Er hat ein spezielles Gedankenexperiment, die sogenannten Frankfurt-Cases erfunden, mit denen er zeigen will, dass anders handeln können oder auch anders wollen können irrelevant ist für Willensfreiheit. Er ist Kompatibilist. Das wundert einen nicht. Das erwartet man von diesen Leuten. Und bei ihm läuft das wie folgt. Er sagt, das sieht man an solchen Frankfurt-Cases, in denen offenbar kein anders handeln können, anders wollen können gegeben ist, wohl aber Willensfreiheit. Und er sagt, wenn wir schon da diese Kombination haben, dann ist wohl auch fehlendes anders handeln können, anders wollen können, aufgrund von Kausalität unproblematisch für die Willensfreiheit. Das ist dann der Schluss, den er zieht. Deshalb, sagt er, kann ich Kompatibilist sein. Und diese Szenarien sehen wie folgt aus. Jones steht vor der Wahl zwischen zwei Handlungen A oder B. Black hat Kontrolle über ihn. Und Black möchte, dass er A macht. Wenn Jones sich jetzt anschickt, B zu tun, dann schreitet Black ein und sorgt dafür, dass Jones doch A tut. Und wir können uns dieses Einschreiten beliebig basal vorstellen. Es kann sein, dass er ihn zwingt, dass er ihn erpresst, dass er ihn nochmal überredet. Es kann aber auch sein, dass er einen Zauberbann benutzt oder eine Gehirnmanipulation. Was auch immer dafür ausreicht, dass wir sagen, jetzt tut Jones A. Nun ist es aber so, Jones tut von allein A. Black muss also gar nicht einschreiten. Das ist das Szenario, was er hat. Er macht es von allein. Aber Black war die ganze Zeit im Hintergrund. Und wenn er B versucht hätte zu machen, hätte er ihn A tun lassen. Aber er macht es jetzt von allein. Dann, sagt Frankfurt, ist Jones doch offenbar willensfrei und verantwortlich. Er folgt seinem Überlegen oder seinen Gründen. Aber er hätte nicht anders handeln können. Nicht einmal im Sinne von Moore. Denn gerade wenn er anders hätte handeln wollen, wäre Black herbeigekommen und hätte dafür gesorgt, dass er doch A macht. Also nicht mal im Moors Sinne hätte er anders handeln können. So. Das ist zunächst einmal vielleicht wieder nicht so sehr begeisternd, aber es wird besser, weil er sein Gedankenexperiment so anlegt, dass dieser Eingriff von Black sich auch auf Jones wollen erstrecken könnte. Auch Jones anders wollen können, mag also durch so eine potenzielle Intervention von Blacks Seite untergraben sein. Sonst könnten wir uns nämlich fragen, ob Jones, wenn er jetzt nach eigenem Entschluss A tut, ohne auch die Option für B zu haben, zwar vielleicht handlungsfrei ist. Ja, er kann eben tun, was er will, aber vielleicht wäre er nicht auch willensfrei. Denn dazu müsste er vielleicht in irgendeiner Form frei sein, seinen Willen zu bestimmen. Und vielleicht würde diese Freiheit dann voraussetzen, dass er hätte anders wollen können. Also, sagt Frankfurt, gut, sein Eingriff, der von Black, dieser potenzielle Eingriff, kann sich auch auf Jones' Wollen erstrecken. Wenn Jones sich anschickt, B zu wollen, sorgt Black dafür, dass er doch A will. Da brauchen wir jetzt wahrscheinlich den Hirnchirurgen, der irgendwie direkt mit einer Elektrode seine Wünsche da beeinflusst oder so. Aber so mag es sein. Aber wieder das Szenario, jetzt will Jones von ganz allein A, ohne dass Black einschreiben muss. Naja, dann ist Jones doch wohl willensfrei und verantwortlich. Er folgt seinen Überlegen oder seinen Gründen, was immer sie da als hinreichend für ansehen. Aber er hätte nicht anders wollen können. Nicht einmal im Sinne von Moore. Denn auch und gerade, wenn er hätte anders wollen wollen, hätte der Black das gemerkt und ihn auf Kurs gebracht. Er hätte sein Wollen hier auf Kurs gebracht. Und das stört alles nicht für die Willensfreiheit. Frankfurt sagt, Willensfreiheit wird erst dann in Frage gestellt, wenn jene Umstände, die das anders handeln können oder anders wollen können, verhindern, zudem die einzige Quelle von dem tatsächlichen Handeln oder Wollen sind. Das ist hier aber offenbar nicht der Fall. Black ist überhaupt nicht die Quelle von seinem Handeln oder Wollen. Black macht ja gar nichts. Black sorgt dafür, dass er nicht anders handeln kann. Aber Black bewirkt sein tatsächliches Handeln gar nicht. Deshalb ist Jones Willensfreiheit. Und er sagt das hier mit der einzigen Quelle, weil er natürlich im Hinterkopf hat, wenn jetzt die Kausalität dafür sorgt, dass sie nicht anders handeln können, dann bestimmt die Kausalität natürlich auch ihr tatsächliches Handeln. Aber sie wäre wieder nicht die einzige Quelle ihres tatsächlichen Handelns. Sondern es wären zudem ihre Überlegungen oder ihre Gründe. Okay. Lieber Taristen, werden jetzt zappelig. Vielleicht nicht nur die. Die werden sagen, hör mal zu, Frankert. Wenn ich zugeben soll, dass der Jones Willensfrei ist, dann darf er nicht kausal bestimmt sein. Dass er irgendwie seinem Überlegen oder seinen Gründen folgt, genügt mir nicht. Wenn er frei sein soll, darf er keiner Kausalität unterliegen. Dann muss er als freie Seele und als freier Akteur gewirkt haben. Was würde Frankfurt sagen? Frankfurt würde sagen, von mir aus fügen wir das hinzu. Die Kausalität war unterbrochen. Er hat als freie Seele, als freie Akteur gewirkt, was immer du willst. Dennoch war Black im Hintergrund, sodass Jones nicht anders handeln konnte. Also war Jones willensfrei, freie Seele, freie Akteur, und konnte nicht anders handeln. Und das zeigt alles, was ich zeigen will. Anders handeln können ist nicht notwendig für Willensfreiheit. Das klingt zunächst nach einem seltsamen Zugeständnis, das Frankfurt hiermit machen würde. Ich meine, Frankfurt ist kompatibelist. Der glaubt nicht an Unterbrechung der Kausalität. Der glaubt nicht an eine kartesianische Seele oder Akteurskausalität. Das stimmt freilich und für die reale Welt würde Frankfurt es niemals einräumen. Aber es gibt gute Gründe, weshalb er es für seine eigenen fiktiven Frankfurt-Cases einräumen sollte. Denn hier liegt der Clou ja gerade darin, dass Jones nicht anders handeln kann, weil Black eingeschritten wäre, wenn Jones abgewichen wäre. Damit dieses alternative Szenario überhaupt vorstellbar wird, müssen sie offenbar von der Kausalität mal kurz absehen, sie quasi einklammern. Nur dann wird die Situation möglich, dass Jones abweicht und Black einschreitet. Dass also insbesondere das nicht anders handeln können von Jones an Black liegt. Wenn sie dann auch obendrein die Kausalität im Spiel hätten, könnte Jones schon deshalb nicht anders handeln. Nicht wegen Black. Und das spezielle Argument der Frankfurt-Cases würde ihn verpuffen. Also nehmen wir an, das war eine freie Seele und sie konnte trotzdem nicht anders handeln, weil Black eingeschritten wäre. Was sagt jetzt der Libertaristen? Und jetzt sagt er, ja okay, also vielleicht in deinem exotischen Frankfurt-Case hast du recht. In diesen Fällen gibt es jetzt vielleicht Willensfreiheit, ohne anders handeln können. Aber du kannst daraus nicht folgern, dass Kausalität harmlos ist. Denn du hast jetzt gerade angenommen, dass die hier gar nicht greift. Und nur deshalb habe ich zugestimmt, dass Jones willensfrei ist. Frankfurt würde sagen, ja aber komm, wenn du in meinen Frankfurt-Cases zugibst, dass das Andershandeln können nicht wichtig für Willensfreiheit ist, warum hast du dann überhaupt ein Problem mit Kausalität? Üblicherweise stört dich an Kausalität doch, dass sie anders handeln können unmöglich macht. Nur deshalb meinst du doch, Willensfreiheit und Kausalität sind nicht kompatibel. Das hatten wir ja ein paar Folien weiter vorne. Für Willensfreiheit braucht man anders handeln können, bei Kausalität gibt es kein anders handeln können, deshalb ist Willensfreiheit inkompatibel mit Kausalität. Aber wenn du jetzt in meinen Frankfurt-Cases gesehen hast, dass die Prämisse gar nicht stimmt, für Willensfreiheit brauchen wir gar kein anders handeln können. Das sehen wir an den Frankfurt-Cases, da ist man frei, ohne anders handeln zu können. Warum dann überhaupt noch diese Angst vor der Kausalität? Entspann dich doch mal. Okay, so ist so ein bisschen der Stand der Dinge zwischen den beiden. Allerdings, auch bei den Frankfurt-Cases kann man jetzt zweifeln, ob Jones wirklich nicht anders handeln kann. Wenn man genau hinschaut, mag es sein, dass Jones sehr wohl Alternativen hat. Jedenfalls, wenn wir, wie wir es gerade gemacht haben, die Kausalität einklammern. Also davon ausgehen, dass Jones zumindest minimal abweichen konnte und Black dann entsprechend eingreifen musste. Und hier gibt es zwei Haupteinwände. Der erste ist, wenn der Black da hätte eingreifen müssen, dann muss er einen Anlass dafür gehabt haben. Und dieser Anlass wäre doch wohl gewesen, dass der Jones so ein alternatives Handeln oder Wollen zumindest mal eingeleitet hätte. Er muss ja irgendwie gestartet haben, auf die andere Weiche, auf die andere Schiene sich zu setzen. Das heißt, Jones Handeln oder Wollen hätte sich zumindest am Anfang unterschieden, ganz kurz vielleicht nur. Aber dann wäre es doch auch in der Gesamtsicht ein anderes Handeln oder Wollen gewesen. Da war ein anderer Handlungsentschluss, eine andere Wollensanbahnung, irgendwie ein anderer Versuch, ein anderer Ansatz. Und das reicht doch, um zu sagen, er hätte sehr wohl anders handeln oder wollen können. Sogar in einem sehr anspruchsvollen Sinne dieser Wörter, das war dann Jones eigene Möglichkeit. Wir spielen das Spiel, dass er das konnte. Ein bisschen zumindest, mal ganz am Anfang. Der zweite Einwand ist, die bloße Tatsache, dass Black eingeschritten wäre, zeigt doch wohl, dass es ein anderes Handeln oder Wollen von Jones gewesen wäre. Also es ist doch dann irgendwie etwas, was Black herbeigeführt hat mit seiner Hirnmanipulation. Eigentlich war es dann doch ein Black, der agiert hat und nicht Jones. Das ist doch was ziemlich anderes, oder? Selbst wenn also diese Indikation für Black das Signal, das sagt, du musst was tun, der macht sonst B, du musst was tun, bring ihn auf Kurs. Wenn diese Indikation vor dem eigentlichen Handeln oder Wollen gelegen hätte und in einer Fußnote stellt sich das Frankfurt auch so vor, wenn sie den Text lesen, merken sie in der Fußnote sagt er, das war vielleicht irgendein neuronales Ereignis, was nicht schon zum Handeln selber gehört, sondern davor liegt. Wäre doch das anschließende Handeln oder Wollen immer noch anders gewesen, denn letztlich hätte da Black agiert. Man sieht es auch daran, in dieser alternativen Version wäre Jones natürlich unfrei gewesen. Also in der Version, wo er allein agiert, da ist er frei. In dem alternativen Szenario, was eingetreten wäre, wäre er natürlich unfrei gewesen, sagt Frankfurt. Das ist doch ein Riesenunterschied offenbar. Das ist doch dann nicht das gleiche, Handeln oder Wollen, ist doch ein Riesenunterschied. Also er hätte sehr wohl anders handeln oder wollen können. Zumindest in einem basalen Sinne dieser Wörter. Es war eine echte Möglichkeit. Er hätte in seinem Gehirn ein Signal anspringen können und dann wäre Black eingeschritten und dann wäre es eine echte Möglichkeit halt immer noch gewesen. Genau. Das ist die Hauptkritik, die dann kommt und deshalb würden viele sagen, in den Frankfurt-Cases habe ich durchaus einen Andershandel oder Anderswollen können. Und Frankfurt sieht das nicht, weil er einen viel zu engen Begriff davon hat. Insbesondere sein Begriff von Anders ist zu eng. Er sieht nicht ein, dass das auch Veränderungen sind, die wir dann haben. Wir reagieren Kompatibilisten darauf oder Frankfurt-Fans, die sagen, ja okay, mag sein. Also in einem gewissen Sinne konnte Jones anders handeln oder wollen. Aber in einem sehr begrenzten Sinne. Nur so ein flüchtiger Entschluss. Nur so eine kurze Indikation, bevor ihn Black wieder auf Kurs bringt. Das ist nur ein Flicker of Freedom, heißt es in der Literatur. Ein kurzes Aufschimmern von Freiheit. Und das genügt nicht, um darauf jetzt Willensfreiheit oder Verantwortlichkeit zu gründen. Du würdest doch nicht sagen wollen, dass Jones deshalb frei und verantwortlich für sein tatsächliches Handeln und Wollen ist, weil er eine solche winzige Abweichung davon vollziehen konnte. Ganz am Anfang. Oder weil es eine flüchtige Alternative dazu geben konnte, die noch nicht mal in seiner Hand lag. Dann wäre er ja offenbar nicht für sein volles Handeln und Wollen verantwortlich. Nicht für das, was er tatsächlich tut und erstrebt, sondern nur für diese winzigen Spielräume, diese verschwindenden Komponenten, die hätten anders ausfallen können. Und schau mal, bei Kausalität haben wir nicht mal das. Das heißt, wahrscheinlich werden wir uns damit abfinden müssen, dass es kein Andershandeln können gibt. Jedenfalls, solange wir nicht auf kausale Lücken hoffen. Und die Frankfurt-Cases zeigen uns immerhin, dass es gar nicht so schlimm ist. Sie zeigen uns, dass wir sehr wohlfrei sein können, auch wenn wir nicht anders handeln können. Dass man sehr wohl verantwortlich sein kann, wenn man kausal determiniert ist. Und das ist eben Frankfurts Botschaft. Er würde sagen, vergesst das jetzt bitte mal mit dem Andershandeln, Anderswollen können, denn das können wir bei Kausalität sowieso nicht haben. Und wir brauchen es nicht für die Willensfreiheit. Das seht ihr an meinen schönen Beispielen. Generell gibt es bei den Kompatibilisten jetzt so zwei Lager, was das Andershandeln können, Anderswollen können eingeht. Ein Lager meint, ja, wir müssen auf diese alternativen Möglichkeiten verzichten, wenn wir Willensfreiheit mit Kausalität versöhnen wollen. Die konditionale Analyse lehnen Sie ab. Sie sagen, das ist unzureichend für Können. Das sind keine echten eigenen Möglichkeiten. Und so ein Können gibt es eben nicht bei lückenloser Kausalität. Egal ob deterministisch oder indeterministisch. Also wir haben kein Andershandeln können bei Kausalität. Willensfreiheit muss ohne Andershandeln können auskommen. Und manche sind dann überzeugt von dieser Botschaft der Frankfurt-Cases. Die sagen, das hat er schon gut gemacht, daran sehe ich das. Andere ziehen unabhängig den Schluss, dass es wohl ohne Andershandeln können gehen muss. Das andere Lager meint, ja, also wir brauchen schon so ein Andershandeln können für die Willensfreiheit. Zumindest in irgendeinem Sinne. Möglicherweise sind die dann auch nicht so von den Frankfurt-Cases überzeugt. Die sagen, da sehe ich sehr wohl ein Andershandeln können. Aber zumindest bei lückenlos kausalen Prozessen werden sie sagen, ja, da stimmt es natürlich. Also da gibt es keine echten eigenen Möglichkeiten. Deshalb müssen wir uns mit bescheideneren Formen von Andershandeln können begnügen für die Willensfreiheit. Etwa im Sinne von Moores konditionale Analyse oder sie machen ähnliche Konstruktionen, die in einem vergleichbaren Geist laufen. Ich würde eher zu ersterem Lager tendieren. Ich würde sagen, das mit der konditionellen Analyse liefert uns keine echten eigenen Möglichkeiten. Das reicht nicht für Andershandeln können. Deshalb würde ich lieber ganz darauf verzichten und sagen, lückenlose, kausale Beschaffenheit der Welt erlaubt kein Andershandeln können. Aber es ist eine wichtige Frage, wie Sie sich dazu positionieren, speziell zu anders handeln können, anders wollen können. Manche von Ihnen werden sagen, das ist notwendig für Willensfreiheit. Manche werden sagen, das ist geradezu die Bedeutung von Freiheit. Ich meine, schon Handlungsfreiheit heißt, ich kann A oder B tun, je nachdem, was ich will. Und dann heißt Willensfreiheit eben auch, ich kann A oder B tun oder auch meinetwegen wollen, unter identischen Umständen. Dann müssen Sie Inkompatibilistin werden, dann kriegen Sie sogar ein starkes Andershandeln können. Oder Sie sagen, ich bin Kompatibilistin und sagen, mir reicht dafür aber die konditionale Analyse. Andere von Ihnen werden sagen, nein, das stimmt nicht. Für Willensfreiheit ist allein wichtig, was ich getan oder gewollt habe. Und vielleicht auch, wie ich es getan oder gewollt habe. Es ist aber nicht wichtig, was in irgendwelchen anderen Welten passiert wäre. Oder was bei irgendwelchen erneuten Durchläufen geschehen würde. Freiheit wurzelt nicht in den möglichen Alternativen einer handelnden Person. In dieser Zugänglichkeit kontrafaktische Optionen. Sie beruht allein auf der Beschaffenheit unseres realen Tuns. Das entscheidet, ob wir frei sind oder nicht. Zum Beispiel unser Überlegen oder unsere Gründe. Die würden sagen, bei der Kausalität ist das genauso. Wir mögen auch nicht diese kontrafaktischen Analysen von Kausalität. Kausalität bestimmt sich auch nicht dadurch, was passiert wäre, wenn irgendwas nicht gewesen wäre. Kausalität bestimmt sich dadurch, was passiert ist. Und so ist es bei der Freiheit dann eben auch. Es bestimmt sich dadurch, was passiert ist. Aber gut, davon wird sehr stark abhängen, ob Sie eher Kompatibilismus oder Inkompatibilismus zuneigen. Und ja, das ist eben jetzt natürlich die große Frage, wer kriegt den Apfel. Kompatibilismus oder ist Ihnen der zu schwach? Sie kriegen vielleicht kein Andershandeln können, kein Anderswollen können oder allenfalls in Form der konditionalen Analyse. Das ist ein hoher Preis, gerade in ethischer Hinsicht. Können Sie verantwortlich sein, wenn Sie nicht hätten anders handeln können? Libertarismus oder ist Ihnen der zu stark? Der braucht Lücken in der Kausalität, eine kartesianische Seele oder Akteurskausalität. Speziell in metaphysischer Hinsicht sind das schon bedenkliche Auffassungen. Das sind ziemlich gewagte Modelle. Man könnte sagen, das widerspricht komplett einem modernen Natur- und Menschenbild. Das widerspricht auch wirklich einzelnen naturwissenschaftlichen und auch sozialwissenschaftlichen Befunden. Determinismus Ist das die Konsequenz? Das war's. Es gibt keine Willensfreiheit, keine Verantwortlichkeit. Das wäre sicherlich ernüchternd, aber vielleicht ist es eben so. Es kann auch ganz entspannend sein, wenn man nicht ständig sich und anderen Vorwürfe macht. Nicht ständig hat jemand an irgendwas Schuld. Also das entspannt. Ich glaube, manche Leute werden auch Deterministen, weil das einfach entspannt. Es hätte sicherlich empfindliche Auswirkungen auf unser soziales Miteinander. Wenn Sie dann noch strafen wollen, können Sie das nicht mehr retributiv rechtfertigen. Weil Sie sagen, da hat jemand Schuld für ein vergangenes Verbrechen. Das können Sie knicken. Sie können Strafe nur noch präventiv rechtfertigen. Als Verhinderung künftiger vergehen. Na gut. Darüber hinaus, man muss sagen, Determinismus hat auch so gewisse argumentative Probleme. Irgendwie scheint er sich ein Stück weit selbst zu untergraben. Irgendwie scheint es unstimmig zu sein, für Determinismus zu argumentieren. Schauen Sie, wenn der Determinismus stimmt, dann ist der Determinist selbst nicht frei in seiner Überzeugung. Seine eigene Auffassung ist ein reines Produkt von Vererbung und Umwelt. Wenn der Determinismus stimmt, dann will ein Determinist seine Gegnerin letztlich kausal beeinflussen. Also seine Argumente, seine Diskussionsbeiträge sind letztlich nur so Manipulationen oder so Indoktrinationen. Ein Determinist kann sich in einer Debatte nicht beschweren, wenn er seine Gegnerin nicht überzeugt bekommt. Denn genau diese Uneinsichtigkeit Uneinsichtigkeit ist nach seiner eigenen Einschätzung rein kausal bestimmt. Wenn er sich da beklagt, wenn er da einen Vorwurf macht, setzt er die Freiheit seiner Gesprächspartnerin voraus. In irgendeinem Sinne. Kompatibilistisch oder libertaristisch. Aber wenn er jede Freiheit verneint, lässt das keinen Vorwurf zu, sondern allenfalls ein Beeinflussungsmanöver in Gestalt eines scheinbaren Vorwurfs. Das geht dann noch, aber mehr nicht. Eine Freiheitsbefürworterin könnte jetzt sehr pikiert sagen, wenn das, wenn alles, was wir denken und sagen, rein kausal bestimmt ist, dann können wir genauso gut aufhören, miteinander zu reden. Richtig aufgefasst meint das nicht, dass es keinen Unterschied in der Welt macht, ob wir reden oder nicht. Das treffe nur zu, wenn wir einem Fatalismus anhängen, bei dem wir sagen, es wird immer dasselbe am Schluss passieren, egal was wir machen oder nicht. Das meint sie damit nicht, was sie sagen will, ist, unser Redner macht keinen Sinn, wenn wir es als rein kausalen Ablauf verstehen. Wenn unser Sprechen nur dazu dient, unsere Gesprächspartner kausal zu beeinflussen, dann verliert es irgendwie seine wesentliche Bedeutung als ein freies Interagieren und wird stattdessen zu einem bloßen Geschehen wechselseitiger Beeinflussung. Aus kompatibilistischer Sicht darf es vielleicht auch kausal wirksam sein, aber nicht nur. Ja, der Kompatibilist wird dann dieses nicht nur, sondern auch auf den Tisch werfen, um es zu retten. Ein Freiheitsgegner würde jetzt vielleicht lakonisch sagen, ja, mein Schatz, weil alles, was wir denken und sagen, rein kausal bestimmt ist, können wir gerade nicht aufhören, miteinander zu reden. Ja? Richtig verstanden leugnet der jetzt auch nicht, dass irgendein Ereignis allemal dazu führen könnte, dass wir nicht mehr weiterreden. Gerade sein Spruch von vorhin könnte dazu führen, dass sie hinschmeißt und sagt, geh nach Hause. Aber auch er bekräftigt wiederum, dass unser Reden oder Nichtreden irgendwie sinnlos ist, wenn es nur kausalen Gesetzen unterliegt. Wenn einzig eine kausale Prägung festliegt, ob und wie wir die Unterhaltung weiterführen, ist das eben kein freier Austausch, sondern irgendwie nur so ein Ablauf. Kompatibilisten würden sagen, es darf vielleicht zudem kausal hervorgebracht sein, aber nicht einzig. Die würden sagen, es darf auch kausal bestimmt sein, aber bitteschön nicht nur. Das heißt, wenn sie jede Freiheit ablehnen, die libertaristische, aber sogar eine kompatibilistische, dann droht jede glaubhafte Stellungnahme und jede ernsthafte Diskussion untergraben zu werden. In diesem Horizont verkümmern Kundgaben und Debatten, die erscheinen dann nur noch als mechanische Artikulation und Konfrontation von Meinungen, bei denen wir nur noch psychosoziale Beeinflussungen vor uns sehen, aber es keinen echten inhaltlichen Austausch gibt. Und natürlich, es könnte sein, dass das stimmt. Es könnte sein, dass das alles so sinnlos ist. Freiheitsgegner würden sagen, so ist das. Unsere menschliche Situation im Allgemeinen, unsere philosophischen Dispute im Besonderen sind so absurd. Aber man könnte überlegen, steckt da auch irgendwie so was drin wie ein performativer Widerspruch? Das heißt, auch und gerade so eine deterministische Leugnung jeder Freiheit setzt vielleicht irgendeine minimale Freiheit doch voraus und hebt damit ihre eigenen Geltungsbedingungen auf. Hierbei sollten wir nicht vergessen, das ist ein Paaresurteil, wo ja eigentlich vier Göttinnen in dem Spiel sind. Idealismus ist ja eigentlich auch noch auf der Liste gewesen. Das wäre es natürlich, aber wie gesagt, der ist schon sehr gewagt. Also derzeit wird er kaum vertreten, aber totgesagte leben lange, gerade in der Philosophie. Was ich jetzt im Folgenden machen möchte, ist, ich möchte mal den Kompatibilismus jetzt genauer verfolgen. Das werde ich jetzt im Rest dieser Vorlesungsteile machen. Im Seminarteil machen wir auch anderes. Im Vorlesungsteil Kompatibilismen genauer verfolgen. Ich weiß, dafür zahle ich einen hohen Preis. Ich schlucke die Kröte. Kein anders handeln können, kein anders wollen können. Ist nicht drin. Das gibt es zwar vielleicht bei Frankfurt Cases, aber nicht bei lückenloser Kausalität. Und um die geht es ja. Ich werde zwei Versionen mir genauer anschauen, jetzt im Verlauf der nächsten beiden Sitzungen. Einmal Leute, die sagen, frei macht uns eine bestimmte Struktur in unserem Überlegen, nämlich eine reflexive Struktur. Das ist also ein mentalistisches Modell. Und eine andere Gruppe, die sagt, frei macht uns, dass wir Gründen folgen. Das ist also die rationale Struktur unserer Gründe, die uns frei machen. Das könnte man ein logizistisches Modell nennen. Die werden wir also genauer durchnehmen mit ihren Vor- und Nachteilen. Beide haben einen gewissen Reiz, denn die könnten jetzt den Deterministen seinen performativen Widerspruch attestieren. Sie könnten sagen, du, Determinist, bestreitest Freiheit, aber du hast ja wohl für deine Position gewisse Überlegungen und gewisse Gründe. Also bist du dabei frei und widersprichst dir also selbst. Den Deterministen würde das jetzt nicht beeindrucken. Er würde sagen, natürlich stelle ich Überlegungen an und folge Gründen, aber ich sehe darin keine Freiheit. Ich bin kein Kompatibilist wie ihr. Also das macht mich nicht frei. Aber schauen Sie, dennoch liegt hier ein gewisser Reiz, denn wir sehen ja schon, im Determinismus liegt eine gewisse Spannung. Da droht eben diese Sinnlosigkeit jeder Debatte. Und diese Entwürfe würden diese Sinnlosigkeit sehr schön auf den Punkt bringen. Sie würden das zuspitzen und sagen, das ist nicht nur eine Sinnlosigkeit, die droht, das ist eigentlich ein Selbstwiderspruch, den du begehst. Wie gesagt, das würden Deterministen jetzt nicht groß beeindrucken. Er würde sagen, nein, überhaupt nicht. Ich sage eben, Überlegen oder Gründe macht nicht frei, denn es ist alles immer noch völlig kausal. Fertig. Aber immerhin, es ist attraktiv, weil es uns so ein bisschen auf die Spur bringt, was in dieser Position vielleicht wirklich ein bisschen, naja, sperrig, ein bisschen spannungshaft jedenfalls ist. Das hier ist jetzt noch die Literatur zu dieser Vorlesung. Und sie ist lang, eine Seite, zwei Seiten, ganze drei Seiten. Gut, also das werden die nächsten Vorlesungsteile sein, im nächsten Seminarteil, aber aber nächste Woche schauen wir uns den Randolph Clark an, der eben ein Akteurskausalist ist, einer besonderen Couleur. Dazu sehen wir uns dann nächsten Montag wieder. Vielen Dank und bis dahin.